Ramses der Zweite, 1304 bis 1213 vor Christus. Ägypten, 1279 vor Christus. Ein gigantischer Trauerzug zieht in das Tal der Könige ein. Pharao Setos der Erste wird von seinem Sohn Ramses, seinen Frauen und Kindern, einer Vielzahl hoher Priester und seinem Gefolge zu Grabe getragen. Ausgestattet mit Gold und Edelsteinen, Waffen, Speisen und Getränken, Kleidern und rund 700 toten Figuren aus Stein, die ihm im Jenseits dienen sollen, wird er in seinem prachtvollen Grab beigesetzt. Von nun an herrscht Ramses der Zweite über die Hochkultur am Nil. 25 Jahre alt ist der junge Pharao, als er das Zepter übernimmt. Sein Vater hat ihm ein mächtiges Reich hinterlassen. Als Sprössling einer Soldatenfamilie ist Ramses in der Waffen- und Kriegsführung bestens bewandert. Schon als kleiner Junge muss er sich einer strengen militärischen Ausbildung unterziehen. Bereits mit zwölf Jahren begleitet er seinen Vater auf einen Feldzug gegen Libyen und wird zum Hauptmann der Infanterie ernannt. Kurze Zeit darauf setzt Pharao Setos seinen Sohn als offiziellen Mitregenten ein. Auf diese Weise sammelt Ramses wichtige Erfahrungen, die ihm vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten seiner Regentschaft von großem Nutzen sind. Wie schon unter der Herrschaft seines Vaters erheben sich auch unter Ramses immer wieder syrische Vasallenstaaten gegen die ägyptische Vorherrschaft und müssen militärisch in ihre Schranken gewiesen werden. Für den jungen Pharao ist dies zunächst keine große Herausforderung. Erfolgreich schlägt er mehrere Schlachten und zwingt die einzelnen Staaten, sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Doch allmählich baut sich ein immer stärker werdender Druck von außen auf. Die Hethiter versuchen von Vorderasien aus, ihr Reich auszudehnen und die syrischen Gebiete zu erobern. Ramses muss handeln, wenn er diesen Teil seines Herrschaftsgebietes nicht verlieren will. Mit 20.000 Mann zieht er deshalb 1274 vor Christus in den Krieg. Die Festung Kadesh, südöstlich von Damaskus, die sich inzwischen in den Händen der Hethiter befindet soll, zurückerobert werden. Strategisch exzellent positioniert Ramses sein Heer auf den Höhenzügen rund um die Festung. Doch von einem Angriff sieht er zunächst ab. Längst hat der ägyptische Pharao nämlich erfahren, dass der Hethiterkönig über ein mächtiges Heer verfügt, das von Streitkräften aus den kleinen Vasallenstaaten tatkräftig unterstützt wird. Berichte von zwei Beduinen lassen bei Ramses neue Hoffnung aufkeimen. Sie versichern, dass sie als ehemalige Mitstreiter der Hethiter über bedeutende Insiderinformationen verfügen. Anders als bisher von Ramses angenommen, sei das hethitische Heer noch meilenweit von Kadesh entfernt und die Festung derzeit ohne nennenswerten Schutz. Der Auftritt der Beduinen ist eine Finte. Die Hethiter befinden sich in Wirklichkeit in unmittelbarer Nähe des ägyptischen Heers. Völlig überrascht werden die Ägypter angegriffen und können sich gegen die hethitische Übermacht kaum wehren. Warum aus der Schlacht um Kadesh trotzdem kein eindeutiger Sieger hervorgeht, ist bis heute ungeklärt. Sicher ist nur, dass sich beide Heere in den kommenden Jahren häufig auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Erst 1259 vor Christus kommt es zu einem Friedensschluß zwischen den beiden Völkern. Erstmals in der Weltgeschichte wird ein schriftlich fixierter Friedensvertrag geschlossen. Um das Bündnis zusätzlich zu stärken, heiratet Ramses II. eine hethitische Königstochter. Auf mehreren Stelen, im Tempel von Karnak und auf einem Gedenkstein am Eingang des großen Tempels von Abu Simbel wird die politische Bedeutung dieser Eheschließung verewigt. Doch die hethitische Prinzessin ist nicht die erste Gemahlin von Ramses II. Bereits als Mitregent seines Vaters wird Ramses zweimal verheiratet. Seine Eltern suchen die Schwiegertöchter aus. Als sogenannte große königliche Gemahlinen, den Hauptfrauen des künftigen Pharao, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Nur ihre Kinder sind legitime Nachkommen des Pharao und haben Anspruch auf den Thron. Von ihnen ist also der Fortbestand der Dynastie abhängig. Seine erste Gemahlin, Nefertari, schenkt Ramses sieben Söhne, von denen jedoch keiner den Vater überlebt. Wie viele Inschriften belegen, wird Nefertari von ihrem Gatten wegen ihrer Schönheit besonders verehrt. Als sie in seinem 25. Regierungsjahr stirbt, lässt er ihr im Tal der Königinnen eine prächtige Grabstätte errichten, die bis heute als eine der schönsten und besterhaltenen Gräber von ganz Ägypten gilt. Auch der kleine Tempel in Abu Simbel ist ihr geweiht. Über die zweite große königliche Gemahlin ist nur wenig bekannt. Als sicher gilt lediglich, dass nach Ramses Tod ihr Sohn Meremptah den ägyptischen Thron besteigt. Neben seinen Hauptfrauen unterhält Ramses auch einen Haren mit einer Vielzahl von Nebenfrauen. Diese Frauen dienen der Belustigung des Pharao. Viele von ihnen kommen als Geschenk anderer Herrscher an den ägyptischen Hof. Im Laufe der Jahre heiratet Ramses auch zwei seiner Töchter und erhebt sie in den Stand der großen königlichen Gemahlinnen. Dies ist die größte Ehre, die er ihnen zuteil werden lassen kann. Durch die Heirat mit dem eigenen Vater gehören sie zum Kreis der bedeutendsten Frauen des Landes. Sie tragen den Titel Königstochter, Königsgemahlin, Herren der beiden Länder und Herrscherin über Ober- und Unterägypten. Die Anzahl der Kinder, die Ramses zeugt, ist nicht exakt überliefert. Kinderlisten, die zu jener Zeit üblich und bis heute erhalten sind, zeigen aber, dass er weit über hundert Nachkommen gehabt haben muss. Von der Bevölkerung wird der Pharao als Gott verehrt. Den Wünschen ihres Herrschers Folge zu leisten und in seinem Dienste zu stehen, ist das größte Bestreben der Ägypter. Dafür kümmert sich der Pharao um die Grundversorgung seines Volkes. Jedem Ägypter stehen unter der Herrschaft von Ramses II. täglich ein Liter Bier und ein großes Brot zu. Einmal jährlich erhält das einfache Volk darüber hinaus Kleidung, Kosmetika und Körperpflegemittel. Wer als Handwerker auf einer der zahlreichen Baustellen tätig ist, bekommt zusätzlich einen kleinen Lohn für seine Arbeit. Ein weiterer Anreiz, auch unter härtesten Bedingungen und Einsatz des Lebens für den Pharao zu arbeiten. Ramses, der sich von Anfang an als Ziel gesetzt hat, der Nachwelt so viele Monumente zu hinterlassen wie keiner seiner Vorgänger, plant seine gigantische Bautätigkeit bis ins kleinste Detail. Zunächst lässt er bereits begonnene Bauwerke anderer Könige nach seinen Vorstellungen fertigstellen. So entsteht aus der einstigen Sommerresidenz seines Vaters die neue ägyptische Hauptstadt, Pyramesse. Mit einer Fläche von über 30 Quadratkilometern wird die Stadt zur gewaltigsten Metropole ihrer Zeit. Parallel werden Abbilder seiner Vorgänger umgearbeitet, sodass sie Ramses als Herrscher darstellen. Zum einen will er damit bereits zu Lebzeiten seine ungeheure Macht demonstrieren, zum anderen ist er aber auch wie besessen von der Vorstellung, dadurch unsterblich zu werden. Unzählige Stelen, Statuen und Abbildungen werden angefertigt, die teilweise bis heute erhalten sind. Auch die Neubauten, die unter Ramses entstehen, erfordern detaillierte Planungen. In der Nähe der eigentlichen Baustelle, wie beispielsweise in Abu Simbel, werden zunächst Arbeiterdörfer errichtet, in denen Handwerker mit ihren Familien angesiedelt werden. Beamte, die am Hof des Pharao beschäftigt sind, teilen anstehende Arbeiten unter diesen Männern auf und führen darüber akribisch Buch. Unter Leitung eines Vorarbeiters ziehen die Männer dann zur Baustelle, die sie sobald nicht wieder verlassen werden. Sie arbeiten 14 bis 16 Stunden täglich, die Nacht verbringen sie in kleinen Ziegelhäusern. Erst nach acht Arbeitstagen dürfen die Männer für zwei Tage zu ihren Familien zurückkehren. Wie gigantisch die Bauwerke sind, die zu dieser Zeit entstehen, können Ägyptenreisende noch heute bewundern. Allein der große Tempel von Abu Simbel wurde 63 Meter tief in einen Felsen gemeißelt. Die vier Steinkolosse, die das Portal des Tempels schmücken, sind je 20 Meter hoch. Überdimensionale Abbildungen des Pharao Ramses. Im Inneren des Tempels befinden sich ebenfalls vier Statuen. Die drei klassischen ägyptischen Götter, Amun von Theben, Reh von Heliopolis und Ptah von Memphis, sowie ein weiteres Abbild von Ramses. So imposant wie Ramses von zeitgenössischen Künstlern dargestellt wird, war er in Wirklichkeit jedoch nicht. Untersuchungen, die an seiner Mumie durchgeführt wurden, zeigen, dass der Pharao unter starker Arteriosklerose und Rheumatismus litt. Besonders auffällig ist dabei eine Veränderung der Halswirbelsäule, die darauf schließen läßt, dass Ramses einen versteiften Nacken hatte und seinen Kopf kaum bewegen konnte. Nach 66 Regierungsjahren stirbt Ramses II. am 19. Juli 1213 v. Chr. im Alter von 90 Jahren. Noch in derselben Nacht übernehmen die Priester den Leichnam und beginnen mit der 70-tägigen Mumifizierung. Nach diversen Reinigungsritualen wird der Körper des Verstorbenen mit Hilfe verschiedener Kräuter und Blüten konserviert und mit Palmwein abgerieben. Zum Schluss wird er unter den Gesängen und Beschwörungsformeln des Hohen Priesters in feinstes Leinen gewickelt. Als Beigabe für die Auferstehung im Totenreich wird der Leichnam mit wertvollem Schmuck und einer Totenmaske ausgestattet. Ramses wird im Ramessum, dem Totentempel, den er selbst erbauen ließ, beigesetzt. Wie alle seine Bauwerke hat auch dieses überdimensionale Ausmaße und ist mit einer Fläche von 820 Quadratmetern eines der größten Gräber im Tal der Könige. Doch seine ewige Ruhe findet der große Pharao hier nicht. Grabräuber öffnen den Tempel und plündern ihn. Nur die Mumie des Pharao finden sie nicht. Sie wurde bereits kurz nach der Beisetzung von ägyptischen Priestern an einen sichereren Ort gebracht. Als der Leichnam 1881 nach Christus von Forschern entdeckt wird, hat Ramses wohl eine wahre Odyssee durch die thebanische Gräberwelt hinter sich. Die Freude der Forscher über den Fund ist allerdings so groß, dass sie einen gravierenden Fehler begehen. Ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wickeln sie die Mumie aus den Jahrtausende alten Leinbinden aus und setzen so den Verwesungsprozess in Gang. Nur den Händen französischer Restauratoren ist es zu verdanken, dass die Mumie von Ramses doch noch gerettet werden konnte. Sein größtes Lebensziel, die Unsterblichkeit, hat der letzte große Pharao der ägyptischen Geschichte erreicht. Denn noch heute, über 3000 Jahre nach seinem Tod, bewundern Ägyptenreisende seine Baukunst und bestaunen die überdimensionalen Abbildungen von Ramses II. David, 1035 bis 961 v. Chr. Unruhe herrscht am israelitischen Hofe. Schwermütig und von Albträumen geplagt ist König Saul seit Tagen kaum noch ansprechbar. Immer wieder schreckt er völlig unvermittelt hoch. Er fühlt sich von einem bösen Geist verfuckt. Seine Bediensteten sind ratlos. Alle Versuche, den König aufzumuntern oder auf andere Gedanken zu bringen, schlagen fehl. Als letzte Hoffnung gilt der Vorschlag eines seiner Berater. Ich kenne den jüngsten Sohn Isais zu Bethlehem. Er spielt vortrefflich auf der Harfe und ist tapfer und klug. David, der Junge, von dem die Rede ist, ist ein einfacher Schafhirte. Als jüngster Sohn Isais wird er 1035 v. Chr. in Bethlehem geboren. Zusammen mit seinen sechs älteren Brüdern wächst er in ärmlichen Verhältnissen auf. Er ist ein hübscher Junge, der bei allen Leuten in der Umgebung sehr beliebt ist. Wenn David die Schafe auf der Weide hütet, spielt er oft auf der Harfe und singt dazu. So vertreibt er sich die Zeit und erfreut zugleich die Bäuerinnen, die auf den umliegenden Feldern arbeiten. Als nun ein Gesandter zu David auf die Weide kommt, um ihn an den Hof des Königs zu holen, ist der Junge verängstigt. Wie soll er mit seinem Harfenspiel den König aufmuntern? Doch es ist wie ein Wunder. Kaum hat der kleine Hirtenjunge die ersten Töne auf seiner Harfe gezupft, fühlt sich der König wie befreit. Sein Gemütszustand verbessert sich zusehends und er bittet David, für immer an seinem Hofe zu bleiben. Er willigt ein. David, inzwischen Waffenträger des Königs, ist beauftragt, die königlichen Truppen mit Proviant zu versorgen. Seit Tagen stehen sich die israelitischen Streitkräfte und die Philister in Kampfstellung gegenüber. Die Philister, stolze Krieger, hochgerüstet und ihren Gegnern weit überlegen, kennen im Gegensatz zu den Israeliten das Herstellungsverfahren für Eisen und sind deshalb in der Lage, gefährliche Waffen zu schmieden. Dagegen wirken die Waffen der Israeliten armselig. Mit Bronze, Schwertern, Dolchen, Schleudern und ein paar Jagdbogen wollen sie gegen die Philister antreten. Doch trotz der Überlegenheit der Philister ist die Situation festgefahren. Beide Parteien halten jeweils einen Bergkamm besetzt und in das dazwischenliegende Tal traut sich keiner. Da tritt aus den Reihen der Philister ein Riese hervor, Goliath von Gath. Die Bibel beschreibt ihn als sechs Ellen und eine Handbreit groß, nach heutigen Maßen ein Hühne von fast drei Metern Länge. Er trägt Helm und Panzer, Beinschienen und Schild, Lanze und Schwert. Der Riese fordert die Israeliten auf, einen ihrer Männer zu schicken, der gegen ihn kämpfen soll. Wenn dieser gewinne, würden die Philister in den Dienst der Israeliten treten. Siege aber Goliath, so sollten die Israeliten ihre Knechte werden. Keiner der israelitischen Krieger traut sich, zum Zweikampf gegen den Riesen anzutreten. Selbst als König Saul demjenigen, der Goliath schlägt, unendlichen Reichtum und die Hand seiner Tochter verspricht, wenden sich die israelitischen Soldaten betreten ab. Da tritt David aus ihren Reihen und erklärt sich bereit, den Zweikampf zu wagen. Ohne Schwert, nur mit einem Sack voll Steinen und einer Steinschleuder bewaffnet, geht er auf den Riesen zu. Ehe der seiner Verwunderung Herr wird, hat David mit der Schleuder einen Stein genau auf die Stirn Goliaths geschossen, so daß dieser Tod zu Boden fällt. Dann schlägt er ihm mit dessen eigenem Schwert den Kopf ab. Als die Philister sehen, daß ihr bester Krieger gefallen ist, versuchen sie zu fliehen. Doch die Israeliten nutzen ihre kurzzeitige Überlegenheit, greifen die Philister an und plündern deren Lager. David wird als Held gefeiert. Die begeisterte Menge jubelt den heimkehrenden Soldaten zu. Und Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend. Darüber ist König Saul sehr erbost. Er versucht, David von seinem Hofe zu verdrängen. Doch David erkennt die Gefahr und macht sich mit einem Teil der Truppe selbstständig. Er erobert die Stadt Kegila am westlichen Rande Judas, kann sie aber nicht dauerhaft halten, denn König Saul stellt sich den Truppen Davids entgegen. In der südlichen Steppe bricht zwischen beiden Seiten ein regelrechter Bandenkrieg aus. David bleibt keine andere Möglichkeit, als sich in den Machtbereich der Philister zurückzuziehen. Seine Truppe tritt in die Dienste der ehemaligen Feinde und übernimmt den Schutz von deren südlicher Landesgrenze. Als Belohnung für seine herausragenden militärischen Leistungen erhält David von den Philistern die Kleinstadt Ziklag. Sie wird der erste eigenständige Machtbereich Davids. Kurz darauf kommt es auf dem Berg Gelbue zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den Israeliten und den Philistern. Der erbitterte Kampf endet für beide Seiten verlustreich. Auch König Saul und die meisten seiner Söhne werden getötet. Für David ist das die Gelegenheit, nach Israel zurückzukehren. Er lässt sich zunächst in Hebron nieder und wird dort im Jahre 1011 v. Chr. von den Männern Judas, also den Ältesten der Umgebung, zum König gesalbt. Dem folgen blutige Machtkämpfe mit den nördlichen Stämmen, die David letztlich erfolgreich für sich entscheiden kann. Im Jahre 1004, also im Alter von etwa 30 Jahren, wird David König von ganz Israel. Der junge König und Gründer einer neuen Dynastie erweist sich in seinem Reich allerdings als kein bedeutender Gesetzgeber. Er sieht seine Aufgaben hauptsächlich in der Stärkung und in der Ausweitung seines Machtbereichs. In siegreichen Kämpfen gegen die Moabiter, Ammoniter und Edomiter baut David sein Reich immer weiter aus und führt es zu wirtschaftlichem Ansehen. Bald erobert er auch Jerusalem und er wählt die Stadt zu seinem Regierungssitz. 1002 v. Chr. wird die Bundeslade dorthin überführt. Die Bundeslade ist eine heilige Truhe aus Akazienholz, die seit der Wüstenwanderung der Israeliten die Gegenwart Gottes repräsentiert. In ihr werden die zehn Gebote aufbewahrt, die Mose von Gott erhalten hat. Jerusalem ist jetzt das politische und religiöse Zentrum des Reichs. David lässt sich einen prächtigen Palast erbauen. Dort sorgen seine Ehefrauen und Konkubinen, 19 kennt man mit Namen, für den Nachwuchs der Dynastie. Eine Leibwache aus Philistern, die er sich inzwischen unterworfen hat, beschützt ihn. Eine königliche Garde bildet den Kern seines Heeres. Es gibt einen militärischen Befehlshaber, einen Kanzler und zwei Priester für den Staatskult. Mit viel Ehrgeiz und ohne große Skrupel schafft sich König David ein Imperium. Mit der Blüte seiner Macht schwinden die ethischen Grundsätze des Königs immer mehr. Vom Dach seines Palastes aus sieht er eines Abends, wie Bathseba, seine schöne Nachbarin, badet. Er lässt sie holen und verbringt die Nacht mit ihr. Nicht ohne Folgen, Bathseba wird schwanger. Da ihr Ehemann, Uria, zu dieser Zeit als Soldat im Krieg ist, weiß Bathseba, dass es zu einem schrecklichen Skandal kommen wird, sobald ihre Schwangerschaft bekannt wird. Sie bittet David um Hilfe. Dieser lässt Uria von der Front holen und hofft, dass der Gehörnte zu Hause mit seiner Frau schlafen werde, dann hätte sich der Sprössling als eheliches Kind ausgeben lassen. Uria ist aber nicht in Stimmung und verweigert sich seiner Frau. Am nächsten Abend versucht David, mit Alkohol nachzuhelfen. Als auch das mißglückt, schickt er Uria an die Front zurück. Bei sich trägt er sein eigenes Todesurteil, einen Brief, den er seinem Feldherrn Joab übergeben soll. Der führt Davids Befehl aus und platziert Uria an einer besonders gefährlichen Stelle. Der Plan geht auf. Uria fällt im Kampf und die schwangere Bathseba zieht in den Königspalast ein und wird Davids Frau. David ist auf seinem moralischen Tiefpunkt angekommen. Er schreckt weder vor Ehebruch noch vor Mord zurück. Zur Strafe schickt sein Gott Jahwe, den Propheten Nathan, der David ein Gleichnis vorträgt. Es waren zwei Männer in einer Stadt. Der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Hat er recht gehandelt? David entscheidet wie ein gerechter König. Der Mann, der das getan hat, ist des Todes, sagt er. Darauf entgegnet Nathan. Der Mann bist du. Du hast Uria getötet und seine Frau geheiratet. Zur Strafe wird Unheil über dein Haus kommen. David ist entsetzt. Er bereut zutiefst, was er Uria angetan hat, kann aber die angedrohte Strafe nicht mehr abwenden. Das Kind, das er mit Bathseba gezeugt hat, stirbt kurz nach der Geburt. Einige Zeit danach wird Bathseba abermals schwanger. Der Knabe, den sie zur Welt bringt, wird Salomo heißen und später Davids Nachfolger sein. Salomos Geburt löst im Hause Davids einen heftigen Streit um die Thronfolge aus. Die älteren Söhne Absalom und Amnon fühlen sich als rechtmäßige Nachfolger. Jeder will den Platz des Grundprinzen einnehmen. In einer Auseinandersetzung tötet Absalom seinen Bruder. Aus Angst vor dem Zorn des Vaters flieht er, wird Vasall des Königs Talmai von Geshur und nutzt seinen Aufenthalt außer Landes, um sich eine eigene Truppe aufzubauen. Ganz offen reklamiert Absalom nun das Königtum Israel für sich. Er schafft sich die königlichen Insignien an, Wagen und Leibwache. Dann bringt er die ältesten Israels hinter sich, die verhindern wollen, dass Salomo auch noch in den Nachfolgestreit eingreift und womöglich künftiger König von Israel wird. David gerät nun in Bedrängnis und muss fliehen. Jerusalem fällt an Absalom. Der verzichtet darauf, seinen Vater zu verfolgen und außer Gefecht zu setzen. Ein folgenschwerer Fehler. Denn David hat so Zeit, die Truppen um seinen altgedienten Feldherrn Joab für sich zu gewinnen und gegen Absalom zu stellen. Absalom flieht, doch Joab verfolgt und tötet ihn. Der Putsch am israelitischen Hofe bricht zusammen. Die Aufständischen, die sich um Absalom geschart hatten, verlaufen sich. David kehrt nach Jerusalem zurück. Als er Absaloms Schicksal erfährt, bricht er in Trauer zusammen. Den Tod seines Sohnes hatte er nicht gewollt. König David wird alt und allmählich verlassen ihn die Kräfte. Da entbrennt an seinem Hof erneut ein gewaltiger Machtkampf, ein Teil seines Gefolges will Adonia, der ebenfalls ein Sohn Davids ist, zum neuen König ausrufen, der andere, dass Salomo der neue Herrscher über Israel wird. Seiner Mutter Batzeba und dem Propheten Nathan gelingt es, den alten König für ihre Interessen zu gewinnen, und so ernennt David seinen Sohn Salomo zu seinem offiziellen Nachfolger. Vier Jahrhunderte lang soll die Dynastie Davids von nun an auf dem Thron Israels herrschen. Ob der Aufstieg von kleinen Hirtenjungen zum mächtigen König sich tatsächlich so ereignet hat, wie ihn die Bibel überliefert, gilt unter Wissenschaftlern als fraglich. Immer häufiger wird die Existenz des biblischen Königs von Archäologen und Historikern bezweifelt. Trotz intensiver Suche sind bisher so gut wie keine Spuren von David gefunden worden. Es gibt nur einen Hinweis darauf, dass ein König von Judah mit Namen David tatsächlich gelebt hat. Am 21. Juli 1993 wird bei Ausgrabungen auf dem im Bereich der Jordanquellen gelegenen Tel Al-Kadi das Bruchstück einer aramäischen Inschrift entdeckt. Später stellt sich heraus, dass sie zu einer Siegestele gehört, die der König Hasael von Damaskus im 9. Jahrhundert vor Christus erbauen ließ. Der Aramäerkönig rühmt sich darauf, Ich tötete Joram, den Sohn Ahabs, den König von Israel, und ich tötete Ahasjahu, den Sohn Jorams, den König vom Haus David. Das ist bisher der einzige Beleg außerhalb der Bibel dafür, dass David nicht nur eine Gestalt der Glaubensgeschichte, sondern eine historische Person war. Theologisch ist David jedenfalls von größter Bedeutung. Sowohl im Christentum als auch im Judentum wird er als Gründer des Staates Israel und Stammvater von Jesus Christus betrachtet und gilt somit als bedeutender Urvater des Glaubens. Buddha, 566 bis 486 v. Chr. Die Geschichten und Legenden, die sich um Buddha, den Erleuchteten ranken, sind mannigfaltig. Ähnlich wie in vielen anderen Religionen soll auch im Buddhismus dadurch dem Begründer eine besondere Aura verlieren werden. Doch welche der vielen Anekdoten sind historisch belegt? Wer war Buddha wirklich und was hatte er mit den selig lächelnden Figuren gemeinsam, die auch uns Westeuropäern sein Abbild so vertraut machen? Geboren wird Siddhartha Gautama, der spätere Buddha, 566 v. Chr., als Sohn des Königs von Sakya im heutigen Nepal. Der Legende nach soll seiner Mutter, der Königin Maya, vor der Schwangerschaft ein kleiner, lieblicher Elefant mit sechs Stoßzähnen erschienen sein, der ihren Schoß leicht verletzte. Das führte zur Zeugung des Gautama. Doch damit nicht genug. Unmittelbar nach der Geburt, bei der das Kind der Mutter auf einer Lotusblüte in die Arme gefallen sein soll, soll der Neugeborene seinen Eltern vorausgesagt haben, ich werde über Geburt und Tod und über alle Dämonen siegen, die den Menschen quälen. Soweit die Legende. Als sicher gilt, dass Siddhartha Gautamas Mutter kurz nach seiner Geburt stirbt und er von einer Nebenfrau seines Vaters an Sohnes Stadt aufgezogen wird. Er verlebt eine unbeschwerte Kindheit, die er in vollen Zügen genießt. Das Beste ist für den jungen Königssohn gerade gut genug, egal ob es sich um die Auswahl der Lehrer, seine Freizeitbeschäftigungen, das Essen oder die Kleidung handelt. Der Luxus am Königlichen Hof kennt keine Grenzen. Von 40.000 Tänzerinnen und 84.000 Frauen wird berichtet, die einzig damit beschäftigt sind, Vater und Sohn zu unterhalten. Das wirkliche Leben, das außerhalb der Palastmauern herrscht, bleibt Siddhartha verborgen. Jung verliebt er sich in eine seiner Cousinen und nimmt sie zur Frau. An seinem behüteten Luxusleben ändert sich auch nach seiner Eheschließung nichts. Er ist bereits 29 Jahre alt, als er zum ersten Mal den Königshof verlässt, um die nähere Umgebung zu erkunden. Was er dabei erlebt, lässt ihn nicht mehr los. Innerhalb kurzer Zeit begegnet er einem Greis, einem Schwerkranken und einem verwesenden Leichnam. Nichts davon hatte er jemals zuvor in seinem Leben gesehen. Wie besessen ist er nach diesen Begegnungen von der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die ihm bisher selbstverständlichen Vergnügungen verlieren ihren Reiz. Immer wieder überlegt er, welchen Weg es geben könnte, um den weltlichen Leiden zu entfliehen. Doch er findet keine Antwort darauf. Kurz entschlossen verlässt er deshalb eines Nachts seine schlafende Frau und den neugeborenen Sohn und macht sich auf die Suche nach der wahren Erlösung. Zu Fuß, ohne Gepäck und ohne Dienerschaft. In den ersten Jahren seiner Wanderschaft sucht Siddhartha die Antwort auf seine Fragen in verschiedenen indischen Lehren. Er führt Gespräche mit den bekanntesten Philosophen seiner Zeit und wendet sich schließlich der weit verbreiteten Schmerzensaskese zu. Durch Buße und strengstes Fasten will er der Wahrheit näher kommen. Yoga und Meditationen sollen ihn leiten. Doch alle seine Versuche sind vergeblich. Kein Leiden, keine Anstrengung und kein Verzicht bringen ihn ans Ziel. Erschöpft und völlig abgemagert erkennt Siddhartha, dass dies nicht der richtige Weg für ihn ist. Er wendet sich von den traditionellen Lehren ab und versucht ein Mittelmaß zwischen vollkommener Askese und wohlbedachten Sinnesfreuden zu finden. Statt tagelang zu hungern, genehmigt er sich täglich eine Schale Reis. Doch er lebt weiter in Keuschheit und sucht sein inneres Gleichgewicht in der Meditation. Eines Nachts sitzt er unter einem pappelfeigen Baum am Ufer des Nerandjara-Flusses und denkt über seine Erfahrungen der letzten Jahre nach. Er weiß nun, dass er die Wahrheit in sich selbst finden muss. Und so beschließt er, »Ich werde mich so lange nicht von hier fortbewegen, bis ich wissend bin.« Wie in Trance spürt er plötzlich seine Erleuchtung. Er erkennt die Kette von Ursache und Wirkung des Lebens und den Weg zur Seligkeit. In den nun folgenden Nächten wird ihm alles vor Augen geführt, was seine spätere Lehre prägen soll. Er lernt seine bisherigen Leben kennen, erhält göttliche Sicht und erlangt Einblick in das System der zehntausend Welten. Als er aus seiner Trance erwacht, ist er nicht mehr Siddhartha Gautama, sondern Buddha, der Erleuchtete. Er steht auf und hält seine erste Rede, die Lehre von den vier edlen Wahrheiten, nach denen sich der Buddhismus noch heute richtet. Die erste Wahrheit besagt, dass alle weltlichen Daseinsformen ungenügend sind, den Menschen niemals vollständig befriedigen können und damit stets leidvoll sind. Nach der zweiten Wahrheit ist die Ursache dieses Leidens jedoch im eigenen Geist des Menschen zu finden, nämlich in seinem Begehren. Die dritte Wahrheit lehrt, dass es durch Erlöschung des Begehrens zwangsläufig auch zum Erlöschen des Leidens kommen muss. Die vierte Wahrheit beschreibt den praktischen Weg, der zu dieser Leidensüberwindung führt. Am Ende steht die vollständige Leidensaufhebung, das sogenannte Nirvana. Nach seiner Erleuchtung gelingt es Buddha innerhalb kurzer Zeit, viele Meister der Meditation, ungläubige Könige und auch Dutzende der sturen menschenfeindlichen Asketen zu bekehren und zu seinen Glaubensbrüdern zu machen. Er gründet einen Mönchsorden und ein Kloster. Parallel dazu entwickelt sich eine buddhistische Laiengemeinde, die zwar den leeren Buddhas folgt, sich aber nicht den strengen Alltagsregeln der Mönche unterwerfen muss. Für die gilt, der Mönch meidet die Zerstörung von Keim- und Pflanzenleben. Nur zu einer Tageszeit nimmt er Nahrung zu sich. Er meidet Tanz, Gesang, Musik und verwirft jede Art von Schmuck und Schönheitsmitteln. Hohe und üppige Betten benutzt er nicht. Frauen und Mädchen nimmt er nicht an. Er hat keine Diener, hält keine Tiere und übernimmt keine Aufträge und Botendienste. Von Kauf und Verkauf hält er sich fern. Er begnügt sich mit dem Gewande, das seinen Körper schützt. Mit der Almosenspeise fristet er sein Leben. Stechen, Schlagen, Überfallen, Plündern und Vergewaltigen liegen ihm fern. Im Gegensatz zum indischen Kastensystem, das die Menschen in unterschiedliche Volksschichten einteilt, behandelt Buddha alle gleich. Ob König oder Bauer, Brahmanen oder Ausgestoßene, Geldverleiher, Heilige oder Bettler, jeder, der an seine Lehre glaubt, kann sich ihm vorbehaltlos anschließen. Die Gleichstellung aller Menschen geht sogar so weit, dass Buddha selbst seinen Feinden gegenüber freundlich gesinnt ist. Auch wenn ihm körperliche Schmerzen oder gar der Tod angedroht werden, bleibt er seiner buddhistischen Geisteshaltung treu und reagiert ohne Hass, voll Güte und Milde. Nach sieben Jahren der Wanderschaft kehrt Buddha 530 vor Christus an den väterlichen Königshof zurück, um seine Familie zu bekehren. Sein Vater, seine Frau und sein Sohn glauben an die Erleuchtung ihres Lieben und schließen sich seiner Laiengemeinde an. Nur seinen Cousin kann er nicht überzeugen. Dieser verabscheut Buddha so sehr, dass er ihn töten will. Als sich Buddha von der Familie verabschiedet, um seine Wanderung fortzusetzen, erfährt der Cousin, dass Buddhas Weg durch eine Schlucht führen wird. Zusammen mit einigen seiner Untergebenen bereitet er ein Attentat vor. Buddha, sie platzieren einen Felsbrocken auf einem Berg. Dieser soll genau dann in die Tiefe gestürzt werden, wenn Buddha unter ihm ist. Alles verläuft wie geplant. Doch als sich die Staubwolke, die durch den Aufprall des Felsbrockens ausgelöst wird, lichtet, tritt Buddha unverletzt mit einem seligen Lächeln auf den Lippen aus ihr hervor. Seine Anhänger jubeln. Für sie ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass Buddha ein würdiger Glaubensführer ist. 45 Jahre lang ist Buddha von nun an auf Wanderschaft. Dabei lebt er stets nach den strengen Regeln, die auch für seine Mönche gelten. Er lehrt alle Menschen, ohne dafür Lohn oder Anerkennung zu erwarten. Angezogen von seinem Ruf und überzeugt von seiner Heiligkeit, strömen die Menschen herbei, um ihn freudig zu empfangen und ihm Blumen zu bringen. Die Lehre, die er verbreitet, ist im Vergleich zu den anderen Glaubensrichtungen, die zu dieser Zeit in Indien vorherrschen, sehr tolerant und liberal. Für ihn gibt es keine Götter, die für das Schicksal der Menschen verantwortlich sind. Das Herz jedes Einzelnen steht im Mittelpunkt des Universums. So hat auch jeder die Möglichkeit, durch seine eigene Kraft zur Erlösung zu gelangen. Es liegt Buddha fern, neue Gottheiten oder Rituale einzuführen. Er zeigt den Menschen, dass nicht die Anzahl oder die Größe der Opfer für die Erlösung verantwortlich ist, sondern jeder Betende selbst. Schriften oder Lehrsätze verfasst Buddha nicht. Er bringt den Menschen seine Lehre im Gespräch näher. Eine Zitatsammlung aus seinen Reden ist überliefert, deren Wahrheitsgehalt auch heute noch erstaunlich ist. Wie zum Beispiel Glaub nicht an irgendetwas, nur weil man dich die Schriften eines Weisen lehrt. Glaub nicht an irgendetwas, nur weil es von der Autorität der Meister und Priester her rührt. Das, was mit deiner Erfahrung übereinstimmt und was sich nach genauer Prüfung mit deiner Vernunft vereinbaren lässt und zu deinem eigenen Wohlergehen und dem eines jeden Lebewesens führt, das nimm als wahr an und lebe danach. Mit 80 Jahren erkrankt Buddha, vermutlich an der Ruhe. Auslöser könnte ein Teller Schweinefleisch gewesen sein. Anderen Quellen zufolge litt Buddha an einer Pilzvergiftung. Doch egal, welche Krankheit ihn gequält haben mag, seine Aufgabe als Wanderprediger vernachlässigt er nicht. Tapfer, mit bewundernswerter Standhaftigkeit und ohne zu klagen, setzt er seine Tätigkeit fort. Als er schließlich spürt, dass seine letzte Stunde naht, hüllt er sich in einen gelben Umhang und legt sich auf ein Bett mit Blättern. Er ruft seinen Lieblingsschüler zu sich und unterweist ihn in den letzten ihm offenbarten Fragen der Wahrheit. So gibt er seine Erfahrung und sein Wissen an die Nachwelt weiter. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen schläft Buddha zufrieden ein. Sein letzter Wille ist es, daß nicht die Mönche, sondern die Laienbrüder seine Beerdigung vornehmen. Die Mönche sollen stattdessen ihre Pilgerwanderung fortsetzen und die Wahrheit zu den Menschen bringen. Die Laienbrüder verbrennen den Leichnam Buddhas nach altem königlichen Brauch und verteilen seine Asche unter seinen Anhängern. Noch heute gibt es in vielen Tempeln Reliquien, die auf den wahren Buddha zurückgehen sollen. So werden in einigen buddhistischen Gebetsstätten Zähne oder Knochenreste verherrlicht, die, wie es heißt, bei der Einäscherung des Leichnams nicht verbrannten. Unabhängig davon, ob die Reliquien wirklich über 2500 Jahre alt sind oder erst im Laufe der Zeit ihre Bestimmung gefunden haben. Der Buddhismus gehört heute zu den großen Weltreligionen. Buddha hat ein Lebenswerk hinterlassen, das die Jahrtausende überdauert hat. Konfuzius, 551 bis 479 v. Chr. Konfuzius, auch Kongfu-Zi genannt, wird 551 v. Chr. im chinesischen Fürstentum Lu, im heutigen Shandong, geboren. Er stammt aus dem alten Adelsgeschlecht der Kong. Die Zeit, in die Konfuzius hineingeboren wird, ist sehr unruhig. Der chinesische Feudalstaat zerfällt allmählich und die Großgrundbesitzer machen sich politisch selbstständig. Sie konkurrieren untereinander und dezimieren sich in einer langen Reihe von Schlachten, bis nur noch ein einziger Staat übrig bleibt, der Staat Qin, der die Grundlage für das spätere Kaiserreich legt und von dem sich der westliche Name China ableitet. Im Alter von drei Jahren verliert Konfuzius seinen Vater und wird von seiner jungen Mutter in ärmlichen Verhältnissen aufgezogen. Er sagt später über sich selbst, »In meiner Jugend war ich von niederer Stellung, weshalb ich mich in vielen Dingen auskenne.« Zunächst wird Konfuzius in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten ausgebildet. Ab seinem 15. Lebensjahr hat er die Möglichkeit, in Adelsschulen die sogenannten Sechskünste zu erlernen, Tanz, Musik, Bogenschießen, Wagenlenken, Schreiben und Rechnen. Der Junge ist sehr begabt, strebsam und fleißig und eignet sich die Sechskünste bis zur äußersten Perfektion an. Im Alter von 19 Jahren heiratet Konfuzius, im darauf folgenden Jahr kommt sein Sohn Li zur Welt. Über seine später geborene Tochter ist kaum etwas bekannt. Den Lebensunterhalt für seine Familie bestreitet er zunächst durch die Ausübung niederer Ämter, etwa als Aufseher in den öffentlichen Getreidespeichern. Diese Arbeit füllt ihn aber nicht aus. Nichts von seinem enormen Wissen, das er sich während seiner Schulzeit angeeignet hatte, kommt hier zum Einsatz. Deshalb gründet der 21-jährige Konfuzius, 530 vor Christus, seine eigene Schule, in der er seine Schüler, Musik und Dichtung, vor allem aber die ehrwürdigen Riten und die Geschichte der Könige nach dem Shu Jing, dem überlieferten Buch der Urkunden, lehrt. Bei der Auswahl seiner Zöglinge kommt es ihm nicht auf die Herkunft an. Viel wichtiger sind ihm Lernbereitschaft, Ehrgeiz und Fleiß. Wenn man eine Erziehung genießt, dann zählt die Standesherkunft nicht, gilt als einer seiner wichtigsten Leitsätze. Und der Erfolg gibt ihm Recht. Über 3000 Schüler werden im Laufe der Jahre von Konfuzius unterrichtet. 72 davon erreichen, wie er selbst den Grad der absoluten Perfektion bei der Ausübung der sechs Künste. Konfuzius bildet den größten Teil seiner Schüler zu Hofbeamten aus. Diese müssen nach Ansicht ihres Lehrers loyal und integer sein. Sie dürfen ihre zukünftigen Herren nicht hintergehen, müssen sie aber kritisieren, wenn es nötig ist. Für einen unmoralischen Herrscher zu arbeiten, ist für Konfuzius unvorstellbar. Ein großer Beamter, sagt er, dient dem Fürsten gemäß dem wahren Weg. Ist das nicht möglich, dann quittiert er seinen Dienst. Obwohl Konfuzius für seinen Unterricht kein großes Honorar verlangt und jeder Schüler nur so viel zahlen muss, wie er ohne große Schwierigkeiten selbst aufbringen kann, gelangt er mit der Zeit zu beachtlichem Reichtum. Er trägt prächtige Mandaringewänder und bestickte Seitenmützen. Von seiner früheren Armut ist nichts mehr zu spüren. Für die Natur und ihre Zusammenhänge interessiert sich Konfuzius nicht. Sein Fokus liegt vor allem auf der sozialen Welt, auf der Gesellschaft und ihren Verhaltensmustern. Die Menschenkenntnis, die sich Konfuzius im Lauf der Jahre aneignet, lässt ihn zu erstaunlichen Einsichten und Lebensweisheiten kommen. Ein Edler hat drei Tabus. In der Jugend, wenn die Lebenskraft noch nicht gefestigt ist, liegt das Tabu im Geschlechtstrieb. Wenn er dann erwachsen ist und die Lebenskraft sich stabilisiert hat, liegt das Tabu im Machttrieb. Und im Alter, wenn die Lebenskraft schon zerfallen ist, liegt das Tabu in der Habgier. Doch mit der Vermittlung des richtigen Berufsethos begnügt sich der Meister nicht. Oberstes Lernziel, vor allem für Schüler, die keine offizielle Stelle antreten wollen, ist die Ausbildung zum moralisch einwandfreien Menschen, zum sogenannten Edlen, fähig zur Solidarität und zur Kritik. Selbst dem Lehrer gegenüber darf er nicht zurückhaltend sein. Konfuzius freut sich, wenn seine Schüler auch mal an ihm einen Fehler entdecken. Er hält an den Überlieferungen und alten Traditionen fest und fühlt sich vom Himmel selbst dazu berufen, die alte chinesische Kultur vor dem Untergang zu retten. So kommt es auch, dass er seine Mutter, die 518 vor Christus stirbt, mit ungewöhnlicher ritueller Hingabe bestattet. Wegen der Erziehung zweier junger Adeliger reist Konfuzius ins Fürstentum der Zhu, genauer gesagt nach Luoyang, um dort auch seine Studien der Musik und der alten Riten zu vervollkommenen. Am Fürstenhof arbeitet er zunächst als Schreiber. Angeblich kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung mit Laoze, der als Bibliothekar angestellt ist. Die Gründerfigur des sogenannten Taoismus, also der Lehre vom Weg der Wahrheit, kritisiert die zentrale Lehre des Konfuzius von Maß und Mitte, sowie seine praktischen Weltverbesserungsabsichten durch Erneuerung beziehungsweise Wiederbelebung der alten Traditionen. Die Menschen, von denen ihr redet, höhnt Laoze, sind mitsamt ihrer Knochen längst vermodert, nur ihre Worte sind noch erhalten. Und zum Abschied gibt ihm Laoze die Warnung mit auf den Weg, wenn ein Mensch von Intelligenz und Durchblick an den Rand des Todes gerät, dann deshalb, weil er gern mit anderen richtet, und wenn ein Mensch mit Redegabe und Bildung in Gefahr gerät, dann deshalb, weil er die Übel anderer offenlegt. Als Sohn und Untertan sollte man sich nicht aufspielen. Konfuzius ist in der Tat ein ehrgeiziger Mensch und will politisch hoch hinaus. Ob ihm das wirklich gelungen ist, kann nicht eindeutig belegt werden. Man nimmt an, dass seine Karriere eher glücklos verlaufen ist. Aber sein eigentlicher Einfluss auf die damalige Zeit geht auch nicht auf seine Stellung im Staat zurück, sondern auf die Anziehungskraft seiner Lehre. Nach langen Reisen durch große Teile des damaligen China kehrt Konfuzius in seine Heimat zurück. Dort hatte sein Fürst seit längerem Streit mit verschiedenen Adelsclans und musste 516 vor Christus in den Nachbarstaat Xi fliehen. Als gehorsamer Untertan folgt Konfuzius ihm in die Verbannung. Da das öffentliche Arbeiten nun nicht mehr möglich ist, kümmert er sich um die Aufarbeitung alter Urkunden und Zeugnisse. Wahrscheinlich nach dem Tod des Fürsten im Jahre 509 vor Christus kehrt Konfuzius nach Lu zurück, um ab 501 zunächst Stadtgouverneur von Jungdu, schließlich sogar ab 498 Justizminister des Landes zu werden. Angeblich soll sein bloßer Auftritt die Kriminellen aus ihren Schlupfwinkeln geholt und das Volk zur Rechtschaffenheit veranlasst haben. Seine erfolgreiche Arbeit wird vom Fürst des Staates Xi argwöhnisch verfolgt. Voller Neid über das Aufblühen des Staates Lu schenkt er dem Fürsten von Lu eine Truppe von 80 Sanges und tanzkundigen Mädchen sowie mehrere schöne Pferde, alles, damit der das Leben genieße. Insgeheim hoffte er, er würde dadurch von den Grundsätzen des Konfuzianismus ablassen. Und die List wirkt. Die Schönheiten nehmen den Hof so sehr in Beschlag, dass keine Zeit mehr für die Politik bleibt. Enttäuscht tritt Konfuzius zurück und verlässt sein Heimatland, um ein 13 Jahre dauerndes Wanderleben in Begleitung einiger Schüler zu beginnen. Von 497 bis 484 vor Christus bereist er zahlreiche Staaten des politisch zersplitterten China. Immer wieder wird er an den Höfen empfangen, findet aber nur wenig Anerkennung. Konfuzius durchwanderte die Welt und nirgendwo hielt es ihn, kommentiert ein chinesischer Philosoph diese Zeit fast 500 Jahre später. Nicht, dass sein geniales Talent nicht in Erscheinung getreten wäre. Seine Lehre war zu erhaben und nur schwer in die Praxis umzusetzen. Keiner konnte mit ihm etwas anfangen. So glich er einem großen Baum auf einem Berg. Mehrfach gerät Konfuzius mit seinen Anhängern in Lebensgefahr. In Kuang fällt er beinahe einer Verwechslung zum Opfer. In Song verübt ein Adliger, dessen jüngerer Bruder einer von Konfuzius' Jüngern ist, einen Mordanschlag auf ihn. Die Art des Anschlags erscheint jedoch etwas kurios. Der Adlige fällt den Baum, unter dem Konfuzius und seine Jünger sitzen. Kein Wunder, dass der Mordversuch misslingt. Im Süden Chinas gerät Konfuzius 489 vor Christus in kriegerische Auseinandersetzungen und verhungert fast. Doch der Gelehrte nimmt die Gefahren gelassen hin. Er ist von seinem göttlichen Auftrag überzeugt. Von der Missachtung seiner Weisheit durch machtbesessene Fürsten enttäuscht, kann er zwar 484 vor Christus in seiner Heimat Lou zurückkehren, bleibt aber wegen seiner lästigen Moralvorstellungen ohne Amt. Als zum Beispiel der dortige Kanzler ihn fragt, wie er das Räuberwesen unter Kontrolle bekommen könne, antwortet Konfuzius, wäret ihr nur selber nicht so gierig, dann würde selbst dann nichts gestohlen, wenn man es belohnte. Der Tod seines Sohnes sowie der seines Lieblingsschülers führen dazu, dass Konfuzius' Lebenskraft bricht und er schwer erkrankt. Die Ordnung, vermutlich auch die Kommentierung der alten Überlieferungen, zu denen neben dem Buch der Urkunden auch das Buch der Lieder und das Buch der Wandlungen gehört, ist nun seine Haupttätigkeit bis zu seinem Tod. Als er im Alter von 72 Jahren, im Jahre 479 vor Christus stirbt, glaubt Konfuzius, dass all seine Bemühungen umsonst gewesen sind und sein Leben ein absoluter Misserfolg war. Seine Schüler trauern um ihn wie um einen Vater. Da es in China zu dieser Zeit üblich ist, daß die Kinder nach dem Tod ihres Vaters drei Jahre lang Trauer tragen, nützen seine Schüler die Zeit, um die Lehren ihres Meisters niederzuschreiben. Aus diesen Sammlungen entsteht später ein heiliger Text. Vermutlich hat Konfuzius selbst nie eigene Schriften verfasst, außer einer kurzen Autobiografie. Als ich 15 war, heißt es da, war mein ganzer Wille auf das Lernen gerichtet. Mit 30 stand ich fest im Leben, mit 40 war ich nicht mehr verwirrt, mit 50 hatte ich den Willen des Himmels erkannt. Mit 60 klang meinem Ohr alles angenehm. Mit 70 folgte ich den Wünschen meines Herzens, ohne dabei die Regeln zu brechen. Seine Lehre prägt noch heute Leben und Kultur vieler asiatischer Länder. Und in China ist der Konfuzianismus bis zum Ende des Kaisertums 1912 verbindliche Staatsdoktrin. Zu seinen Lebzeiten waren seine Ansichten sehr unbeliebt. Vor allem sein Credo, dass alle Menschen gleich seien. China war zu dieser Zeit feudal und durch und durch korrupt. Da wundert die Ablehnung seiner Weisheiten nicht im Geringsten. Die zentrale Forderung des Konfuzianismus ist die Moral auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bei genauerem Hinsehen besteht diese Moral aus den fünf konfuzianischen Kardinaltugenden. Der gegenseitigen Liebe, der Rechtschaffenheit, der Weisheit, der Sittlichkeit und der Aufrichtigkeit. Konfuzius ging von drei unumstößlichen Beziehungen aus. Der Unterordnung des Sohnes unter den Vater, des Volkes unter den Herrscher und der Frau unter den Mann. Mit heutigen Vorstellungen von Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung ist das nicht zu vergleichen. Zu Zeiten des weisen Konfuzius waren seine Vorstellungen revolutionär. Sokrates 469 bis 399 vor Christus 399 vor Christus 501 Athener Bürger sitzen zu Gericht. Angeklagt ist ein 70 Jahre alter Einwohner der Stadt. Der große Philosoph Sokrates. Die Vorwürfe lauten Sokrates bricht mit dem Gesetz. Er leugnet die Existenz der in dieser Stadt anerkannten Götter. Er verführt die Jugend. Für Melitos, den Hauptkläger, steht fest, die ihm gebührende Strafe ist der Tod. Wie konnte es so weit kommen, dass Sokrates sich einem entwürdigenden öffentlichen Prozess stellen muss? Wieso zieht ein Mann der Zeitlebens in Gesprächen mit seinen Mitbürgern nach der Wahrheit suchte? Solche Feindseligkeit auf sich. Geboren wird Sokrates um das Jahr 469 vor Christus in Alopeke, einem Vorort von Athen. Sein Vater, Sophronikos, ist ein angesehener Bildhauer. Seine Mutter, feiner Räte, arbeitet als Hebamme. Die Familie zählt damit zur gehobenen Mittelschicht. Der junge Sokrates erlernt von seinem Vater das Bildhauerhandwerk, übt den Beruf aber wohl nie aus. Seine Leidenschaft gilt der Philosophie. Damit folgt er, so sagt er selbst, seiner Mutter. Wie ein Kind mit Hilfe der Hebamme das Licht der Welt erblickt, so ist Sokrates stets bemüht, in Gesprächen die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nicht durch gelehrte Schriften erzielt er Wirkung, sondern er verbreitet seinen philosophischen Ansatz einzig in Gesprächen mit Freunden und Schülern, mit den Bürgern Athens. Dank seiner Schüler wissen wir über Sokrates dennoch hervorragend Bescheid. Vor allem Platon zeichnet in vier Büchern, den Dialogen, ein detailliertes Bild seines Lehrers. Wann immer Sokrates auf den öffentlichen Plätzen, in den Stadien und Wandelhallen unterwegs ist, sucht er das Gespräch mit den Menschen. Durch eindringliches Fragen entlarvt er vermeintliches Wissen als Unwissen. Sokrates ist darauf aus, sein Gegenüber in Widersprüche zu verwickeln. Er benutzt dabei oft das Mittel der Ironie. Sein Ton ist schelmisch. Ihm geht es nicht darum, im Gefecht der Argumente und Gegenargumente sein Gegenüber auszustechen. Für Sokrates ist das Aufzeigen logischer Widersprüche nur Mittel zum Zweck. Er will die Menschen dahin führen, dass sie selbst die Wahrheit erkennen. Das heißt in seinen Augen zunächst einmal sicher Geglaubtes in Frage zu stellen und sich die eigene Unwissenheit einzugestehen. Von sich selbst sagt Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Dies klingt bescheidener, als es letztendlich ist. Schließlich sieht er sich damit seinen Mitbürgern einen Schritt voraus. Spätestens seit dem Jahr 425 vor Christus ist Sokrates als Lehrer und Philosoph stattbekannt. Er beeindruckt nachhaltig eine Gruppe junger Adeliger, die sich als Schüler um ihn scharen und ihm treue Freunde werden. Einer von ihnen, der schöne Alkibiades, vergleicht Sokrates mit dem flötespielenden Halbgott Marsias. Dieser bezauberte die Menschen durch seine Instrumente, mit der Kraft seines Mundes. Du unterscheidest dich von ihm allein insoweit, als du ohne Instrumente eben dasselbe mit nackten Worten ausrichtest. Und Alkibiades fährt fort, von diesem Marsias also bin ich oft in einen solchen Zustand versetzt worden, dass es mir schien, es lohne nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich bin. Denn er zwingt mich, mir einzugestehen, dass mir noch vieles fehlt. Die Freundschaft zwischen Sokrates und Alkibiades ist erfüllt von brennender gegenseitiger Liebe. Doch handelt es sich nicht um die körperliche Liebe eines älteren Mannes zu einem Jüngling, wie sie in Athen seiner Zeit weit verbreitet war. Es ist die sprichwörtlich gewordene platonische Liebe, die beide verbindet. Platon beschreibt diese Liebe, ihre Intensität und gleichzeitige Zurückhaltung. Geld verdient Sokrates mit der Philosophie kaum. Von seinen Schülern lässt er sich nicht bezahlen, dem erlernten Beruf des Bildhauers geht er nicht nach. Dabei ist Sokrates verheiratet und hat mit seiner Frau Xantippe drei Kinder. Diese wirft ihm wieder und wieder vor, die Versorgung seiner Familie zu vernachlässigen. Sie will ihn davon abhalten, sich, wie sie es sieht, nichtsnutzig auf den öffentlichen Plätzen herumzutreiben. In den Augen seiner Freunde und Schüler ist Xantippe eine streitsüchtige Ehefrau. Sie sprechen gar von ihr als das unerträglichste Weib, das je gelebt habe. Sokrates selbst nimmt die wiederkehrenden häuslichen Gewitter mit Gleichmut hin. Einmal, als er nach einem Streit das Haus verlässt, schüttet ihm Xantippe einen Eimer schmutziges Wasser über den Kopf. Zu seiner Ehefrau hinaufblickend, meint der Philosoph beiläufig, sagte ich nicht, dass Xantippe, wenn sie donnert, auch Regen spendet? Im Übrigen ist Sokrates der Ansicht, dass der dauernde häusliche Streit auch etwas Gutes hat, denn wer mit Xantippe fertig geworden sei, dem sei es ein leichtes, auch mit anderen Menschen zurecht zu kommen. Vielleicht hat Nietzsche recht, wenn er sagt, ohne Xantippe wäre aus dem gelernten Bildhauer Sokrates wohl nie der Philosoph Sokrates geworden, einer der Wegbereiter des modernen Denkens. Schließlich hat sie mit ihrer Art ihn erst recht dazu angetrieben, das Haus zu verlassen und sich in der Öffentlichkeit philosophischen Gesprächen zu widmen. Sokrates sieht für die Menschen eine unbedingte Verpflichtung, das Gute, das Rechte zu tun. Aus einsichtigem Denken folgt für ihn notwendigerweise richtiges Handeln. Dies versucht er seinen Gesprächspartnern stets zu vermitteln, ob er nun einen hochdekorierten General oder einen Eseltreiber vor sich hat. In seinen Ausführungen spart Sokrates nicht mit Kritik an den bestehenden politischen Verhältnissen. Er sieht die Polis Athen in der Krise, die Sitten und Gesetze der Väter nicht mehr geachtet. Gerade Unter die verdienten Bürger der Stadt jedoch sind sich ihrer Sache sicher, was die eigene Rechtschaffenheit, Tapferkeit oder Frömmigkeit angeht. Sokrates ist mit seiner Fragerei ein Ärgernis. Als schwätzenden Weltverbesserer beschimpfen sie ihn, Nase Rümpfer rufen sie ihm hinterher. Wer liebt es schon in aller Öffentlichkeit, seine Unwissenheit vor Augen geführt zu bekommen? Und dann noch dazu keine Antwort zu erhalten, was denn nun genau das rechte Handeln sei. Doch Sokrates zielt eben darauf ab, die Menschen zur Selbsterkenntnis hinzuführen. Er kann und will keine neuen, absoluten Erkenntnisse lehren. Eines Tages befragt sein Freund Xenophon das Orakel von Delphi, wer der weiseste und tugendhafteste aller Athener sei. Die Antwort der Priesterin Pythia ist Sokrates. Schnell spricht sich das in der Stadt herum. Sokrates selbst nimmt es unbewegt hin. Es müsse wohl daran liegen, dass er wenigstens wisse, dass er nichts wisse. Viele bekannte und einflussreiche Bürger fühlen sich jedoch herausgefordert. Wie konnte es sein, dass dieser besser wisse und nichts nutz weiser und tugendhafter sein sollte als sie selbst. Anitos, ein bedeutender Kaufmann und Lehrer, zählt zu den Neidern. Er bewegt den Komödiendichter Aristophanes, Sokrates in einem Theaterstück zu verhöhnen. Die Wolken, so der Titel der Komödie, zeigt Sokrates wenig schmeichelhaft als barfüßigen, abgehobenen Müsiggänger. Barfüßig, damit spielt Aristophanes auf die sehr bescheidenen finanziellen Verhältnisse von Sokrates an. Dass er wenig Geld zur Verfügung hatte, bereitet Sokrates im Gegensatz zu seiner Ehefrau jedoch keine Sorgen. Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf, zitiert Platon den Philosophen. Der Vorwurf, einen nichtsnutzigen Lebenswandel zu führen, wird Sokrates nicht gerecht. Als einfacher Soldat nimmt er für die Stadt Athen an drei Feldzügen teil, Indelion, Amphipolis und Pottaidaia. Dort rettet er seinem Freund Alkibiades tapfer das Leben, indem er ihn durch ein Gewühl von Feinden sicher vom Schlachtfeld trägt. Auch auf politischem Feld hat sich Sokrates den mächtigen Athens entgegengestellt. Als einer von 500 Richtern nimmt er an einem zweifelhaften Prozess gegen die siegreichen Feldherren der Arginusenschlacht teil. Statt Ruhm und Ehre erwarten die Generäle die haltlosen Beschuldigungen, sie hätten in Seenot geratene Männer nicht gerettet. Sokrates stemmt sich mit seinem untrüglichen Sinn für Gerechtigkeit gegen eine Verurteilung. Doch vergebens, die Generäle werden mit großer Mehrheit zum Tode verurteilt. Ein paar Jahre später verweigert er sich einem Befehl, um sich nicht eines politischen Mordes schuldig zu machen. Kritias, der an der Spitze der Regierung steht, befiehlt einigen Athener Bürgern, den Demokraten Leon in Salamis festzunehmen und nach Athen zu bringen. Dort erwartet ihn das Todesurteil. Sokrates ist einer der Männer, die den Befehl ausführen sollen. Doch er gibt vor, dies nicht mitbekommen zu haben und macht sich auf den Weg nach Hause. Dass ihm dieses Verhalten nicht selbst zum Verhängnis wird, verdankt er dem glücklichen Umstand, dass Kretias kurz darauf stirbt. Bald siebzig Jahre alt hat sich Sokrates immer mehr Feinde unter den einflussreichen Bürgern Athens gemacht. Wiederholte Verleumdungen schaffen eine Stimmung, die im Jahr 399 vor Christus schließlich zum Prozess führen sollte. Ist es nicht freche Gaukelei, wenn einer durch seine eindringlichen Fragen Gewissheiten zerstört und Unwissenheit aufzeigt und seine Gesprächspartner dann ohne Antwort stehen lässt? Erschüttert so einer mit seiner Kritik an allem sicher Geglaubten nicht die Grundfesten des Staates? Droht so einer damit nicht sogar die Religion zum Einsturz zu bringen? Wenn der dann noch Schüler um sich schart, stellt so einer nicht eine Gefahr für die Jugend dar? Gottlosigkeit und Verführung der Jugend sind denn auch die Anklagepunkte, denen sich Sokrates stellen muss. Doch ist nicht von vornherein klar, ob der Prozess Erfolg haben wird, ob es seinen Gegnern gelingen wird, sich auf diese Weise eines unbequemen Mitbürgers zu entledigen. Seine Freunde wollen ihm helfen, er könne sich doch vom Prozess freikaufen. Sokrates weist solche Gedanken von sich. Er will sich auch vor Gericht treu bleiben. In seiner Verteidigungsrede unternimmt er keine Versuche, die Richter milde zu stimmen. Im Gegenteil. Im ersten Teil des Prozesses, in dem es um die Frage schuldig oder nicht schuldig geht, wiederholt er seine Kritik an der Selbstzufriedenheit und mangelnden Selbsterkenntnis seiner Mitbürger. Er vergleicht die Stadt Athen mit einem großen edlen Ross, das wegen seiner Größe eher träge sei und zu seiner Aufmunterung eines Sporns bedürfe. Mit dem Sporn meint er natürlich sich selbst. Er handle dabei im Auftrag des Gottes Apollo und er fügt an, so scheint mir hat mich der Gott der Stadt beigegeben als einen, der nicht aufhört, jeden Einzelnen unter euch aufzuwecken, zu überreden, zu schelten. Mit 281 gegen 220 Stimmen wird das Urteil gefällt. Schuldig. Im zweiten Teil der Gerichtsverhandlung geht es um das Strafmaß. Die Anklage fordert die Todesstrafe. Das Athener Prozessrecht räumt Sokrates als Angeklagten das Recht ein, einen Gegenantrag zu stellen. Angesichts der knappen Mehrheit bei der Verurteilung bestehen gute Aussichten, ein Todesurteil abzuwenden. Doch Sokrates will weder Kompromiss noch Nachsicht. Keine milde Bestrafung fordert er für sich. Nein, die höchste Auszeichnung, die die Stadt Athen an verdiente Mitbürger zu vergeben hat, die kostenlose lebenslange Speisung im Prithaneion, dem Rathaus. Die Empörung der Richter über diese Provokation ist so groß, dass Sokrates von einer weit größeren Mehrheit der Richter zum Tode verurteilt wird, als ihn zuvor für schuldig befunden hat. Seine Freunde drängen ihn, die nächstbeste Gelegenheit zur Flucht zu nutzen. Sokrates lehnt ab. Das gesprochene Recht dürfe nicht untergraben werden, sonst hätte kein Urteil mehr Bestand. Er ziehe es vor, zu sterben, wie er gelebt habe, getreu seiner Überzeugung und den Gesetzen der Stadt. Den Tag, an dem er den Schierlings Becher lehren soll, verbringt er mit seinen engsten Freunden. Bis tief in die Nacht diskutieren die Männer über die Unsterblichkeit der Seele. Schließlich nimmt Sokrates den Becher und trinkt das Gift. Er tut dies ruhig und besonnen. In dem Geiste, den er am Schluss seiner Verteidigungsrede beschworen hat, jetzt ist es Zeit fortzugehen. Für mich, um zu sterben, für euch, um zu leben. Wer von uns dem Besseren los entgegen geht, ist uns allen unbekannt. Platon 427 bis 347 vor Christus. Andächtig steht Platon, ein junger Grieche von 20 Jahren, vor den lodernden Flammen. Alles, was er jemals geschrieben hatte, steigt in schwarzem Qualm zum Himmel empor. Obwohl er in diesem Moment seine Arbeit der letzten Jahre vernichtet, fühlt er sich wie befreit. Befreit, um sich den Lehren und der Philosophie des Sokrates zu widmen. Als Platon 427 vor Christus in Athen geboren wird, stehen der Stadt turbulente politische Entwicklungen bevor. Im Zuge des Peloponnesischen Krieges hatte Athen 431 vor Christus seine Vormachtstellung an Sparta verloren. Den Grund für diese Niederlage sehen die Aristokraten, zu denen auch Platons Familie zählt, in der Regierung Perikles. Dieser hatte in Athen die Demokratie eingeführt und den Einfluß der Aristokratie deutlich beschnitten. Ein unglaublicher Affront gegen die Athener Oberschicht, die seit Jahrhunderten die Regierung stellte. Selbstverständlich also, dass die Aristokraten schnell mit Sparta sympathisieren, als klar wird, dass das dortige Militärregime nach dem Sieg über Athen die Demokratie abschaffen und die alte Regierungsform wiederherstellen würde. Als die neue Regierung eingesetzt wird, sind auch zwei Brüder von Platons Mutter darunter. Die sogenannten Dreißig Tyrannen können sich aber nicht lange halten. Aufgrund der Willkürherrschaft, die sie an den Tag legen, lehnen sich die Athener Bürger schnell gegen das neue Regime auf. Politik ist im Hause von Platons Eltern ständiges Thema. Gerne würden sie es sehen, wenn auch der Sohn einmal ein politisches Amt bekleiden würde. Platon erhält aus diesem Grunde eine hervorragende Ausbildung, die ihm den Weg nach oben ebnen soll. Doch seine Interessen liegen in einem anderen Bereich. In Anlehnung an seine großen Vorbilder Homer, Epicharem und Sofron verfasst Platon schon in jungen Jahren eigene Texte und nimmt damit sogar an Dichterwettbewerben teil. Sein Interesse, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen, erlischt schließlich durch die Herrschaft der 30 Tyrannen endgültig. Dass diese nur kurze Zeit nach ihrem Regierungsantritt von den Demokraten gestürzt werden, ist für Platon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Oberschicht in ihrer Aufgabe, gerecht zu herrschen, versagt habe. Trotzdem hält er an seiner Meinung fest, dass auch die Demokratie nicht die richtige Regierungsform sein kann. Er ist der Ansicht, dass es in der Gesellschaft eine strikte Trennung zwischen oben und unten geben muss, dass die Macht von den Besten ausgehen müsse und nicht von der Masse der Bevölkerung. Als Antidemokrat bleibt er der Regierung in Athen gegenüber zeitlebens kritisch eingestellt. Doch diese Ansicht ist nicht der einzige Grund der Politik für immer den Rücken zu kehren. Sicher hat auch die Bekanntschaft zu Sokrates dazu beigetragen. Bereits mit 14 Jahren begegnet Platon dem Philosophen zum ersten Mal. Seit seinem 20. Lebensjahr gehört er zu dessen Schülern. Mit großem Eifer folgt Platon Sokrates Reden. Er ist begeistert davon, wie Sokrates die Menschen auf den Straßen und Marktplätzen Athens durch Gespräche auf den Weg der Wahrheit führen will. Sokrates der Glaubt dass tugendhaftes Handeln auf Erkenntnis und Wissen beruht schaht zu dieser Zeit eine große Anzahl von Schülern um sich die fast alle aus der aristokratischen Oberschicht stammen. Das ist der Regierung Athens ein Dorn im Auge. Kurzerhand wird der ungeliebte Philosoph deshalb 399 von den Demokraten zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung von Sokrates durch den Giftbecher ist das in Platons Leben. Er versteht sich nun als philosophischen Nachlassverwalter seines großen Lehrers. Wie viele andere Schüler von Sokrates verlässt Platon Athen, weil er politische Verfolgung fürchtet und sich mit der ungerechten Regierung nicht identifizieren kann. Seine Reisen nutzt er zum geistigen Austausch mit anderen Philosophen und Herrschern. Zunächst geht er drei Jahre nach Megara, wohin sich auch Euklid, ein anderer Sokrates-Schüler zurückgezogen hat. Weitere Reisen führen Platon nach Kyrene, Tarent und Ägypten. Unterwegs beginnt er die Gespräche des Sokrates, der selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat, in Dialogform aufzuschreiben. Die erste Schrift, die Platon verfasst, ist die sogenannte Apologie, die Verteidigungsrede, die Sokrates während seines Prozesses vor dem Athener Gericht gehalten hatte. Dieser Dialog gilt als nachträgliche Abrechnung Platons mit der Athener Regierung. Das Thema Gerechtigkeit beschäftigt den jungen Philosophen zu dieser Zeit sehr. Immer wieder wird es zum Gegenstand seiner Texte. Während die philosophische Strömung der Sophisten, die zu dieser Zeit in Griechenland sehr weit verbreitet sind, die Theorie vertritt, dass es keine Gerechtigkeit an sich gäbe, sondern dass die Gerechtigkeit immer abhängig von Nutzen und Interessen sei, vertritt Platon die These von Sokrates. Unrecht leiden ist immer besser als Unrecht tun. Das heißt konkret, Gerechtigkeit ist etwas, was über den persönlichen Interessen Einzelner steht und damit auch über den Interessen eines Herrschers, der niemals für sich in Anspruch nehmen darf, dass sein Vorteil mit Gerechtigkeit gleichzusetzen sei. Platons Ruf als Philosoph eilt ihn bis nach Süditalien voraus. Dort hatte sich viele Jahrzehnte zuvor Pythagoras niedergelassen und seine berühmte Pythagoräische Schule gegründet. Seine Schüler beschäftigen sich hauptsächlich mit Mathematik, Musik und dem von östlichen Religionen übernommenen Glauben an die Seelenwanderung. Diese Mischung aus strenger Rationalität und Mystik übt große Anziehung auf Platon aus. In intensiven Gesprächen und vielen Diskussionen tauscht sich der griechische Philosoph während seiner Reise mit den Pythagoräern aus. Er erhält Eindrücke und Sichtweisen, die ihn für immer prägen. Auf derselben Reise gelangt er 389 vor Christus nach Syrakus an den Hof von Dionysos dem Ersten. Dieser hat in seinem Regierungsbezirk die Demokratie abgeschafft und durch einen Militärstaat ersetzt, der enge Verbindungen zu Sparta unterhält. Das trifft sich hervorragend mit Platons eigener antidemokratischer Haltung. In Dionysos glaubt Platon, einen Herrscher nach seinen Vorstellungen gefunden zu haben. Dionysos umgibt sich gerne mit Philosophen und führt viele Gespräche mit Platon. Um seine philosophische Bildung zu demonstrieren, nennt der Herrscher von Syrakus seine drei Töchter, Tugend, Gerechtigkeit und Besonnenheit, Begriffe, die in der Philosophie jener Tage von immenser Bedeutung sind. Etwa zwei Jahre lang ist Platon am syrakusischen Hof zu Gast. Doch das, was er dort erlebt, steht im krassen Gegensatz zu den Gesprächen, die er mit Dionysos führt. Der Herrscher ist keineswegs weise und gerecht. Im Gegenteil, nächtliche Saufgelage und Ausschweifungen prägen das Leben im Palast. Platon ist entsetzt und versucht Dionysos auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Er will erreichen, daß sich Theorie und Praxis, also die Reden und das Handeln des Herrschers im Einklang befinden. Damit kommt es zum Eklat zwischen den beiden. Dionysos macht keinen Hehl daraus, daß die Gespräche mit dem Philosophen reiner Zeitvertreib für ihn waren und daß er in keiner Weise die Absicht hat, sich von einem Denker Ratschläge zur Staatsführung erteilen zu lassen. Enttäuscht verläßt Platon Syrakus. Doch das Schiff, auf dem er die Heimreise antritt, wird von Dionysos Mannen nach Ägina gelenkt, einer Stadt, die zu dieser Zeit mit Athen im Krieg liegt. Alle athenischen Bürger, die Ägina betreten, werden als Kriegsgefangene behandelt und versklavt. Platon weiß nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich findet er sich als Gefangener auf einem Sklavenmarkt wieder. Zufällig entdeckt ihn dort ein Freund und kauft ihn frei. So kann Platon doch nach Athen zurückkehren. Trotz dieser Ungeheuerlichkeit, die Dionysos ihm angetan hat, will Platon nicht einsehen, daß er den syrakusischen Herrscher nicht bekehren kann. Zweimal reist er in den kommenden Jahren nach Syrakus zurück, um das Gespräch mit Dionysos zu suchen. Jedes Mal endet der Aufenthalt im Streit. Die ernüchternden Erfahrungen, die Platon immer wieder machen mußte, halten ihn jedoch nicht davon ab, seine Ansichten an seine Schüler weiterzugeben. Als er 387 vor Christus nach Athen zurückkommt, gründet er in einem Garten vor den Toren der Stadt eine Akademie, an der er 40 Jahre lang bis zu seinem Tode 347 vor Christus unterrichtet. Hier entstehen auch seine philosophischen Abhandlungen über den idealen Staat. Platon kommt zu der Erkenntnis, dass eine Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn es klare Grenzen zwischen Herrschern und Beherrschten gibt. Die Gemeinschaft muß von einer Elite regiert werden, die dieser Bezeichnung gerecht wird und die ihre Macht nicht missbraucht, wie es die 30 Tyrannen oder Dionysos getan haben. In der Politeia, seiner bekanntesten Schrift über den Staat, erläutert er seine Vorstellungen. Für Platon ist der Mensch in erster Linie ein Vernunftwesen, weshalb die Vernunft bei allen Entscheidungen Vorrang vor dem eigenen Willen und der Leidenschaft haben muß. Die gerechte Ordnung ist dann hergestellt, wenn die Vernunft mit Hilfe des Willens die Leidenschaft beherrscht. Auf den idealen Staat übertragen bedeutet dies für Platon, dass Gerechtigkeit dann erreicht wird, wenn die Vernunft im Staatsgefüge der Herrscher mit Hilfe der Diener, die den Willen darstellen, die Leidenschaft, also das Volk, beherrscht. Der Herrscher zeichnet sich nach dieser Vorstellung durch Weisheit aus. Er trifft alle wichtigen Entscheidungen und teilt und teilt seinen Dienern mit. Diese sind besonders tapfer und setzen die Entscheidungen des Herrschers nach innen und außen durch. Das Volk muss besonnen sein, denn es muss seine eigenen Bedürfnisse unterdrücken und sich unterordnen. Solange sich jeder an seine Aufgaben hält, kann es so zu keinen Unruhen oder Revolten kommen. Funktionieren kann dieses System allerdings nur, wenn die Herrscher gebildet und ihnen muss deshalb eine besondere Erziehung zuteil werden, denn nur, wenn verhindert werden kann, dass der Herrscher seine Vormachtstellung ausnutzt, kann die Gerechtigkeit gewährleistet werden. Der Lebensstil der Herrscher muss deshalb asketisch und diszipliniert sein. Zum Sexualverkehr darf es nur kommen, um für den Staat den besten Nachwuchs zu zeugen. Dieser Nachwuchs wird von Kindesbeinen an auf seine spätere Aufgabe erst nach einer umfassenden Ausbildung, die unter anderem ein fünf Jahre dauerndes Philosophiestudium beinhaltet, kann unter dem Nachwuchs der neue Herrscher gefunden werden. Dieser muss allerdings mindestens 50 Jahre alt sein, damit er über genügend Erfahrung verfügt, um einen Staat gerecht regieren zu können. Als Platon im Alter von 80 Jahren stirbt, hinterlässt er eine Vielzahl philosophischer Schriften. Darunter befinden sich ca. 25 Dialoge, die unter anderem einen großen Einblick in das Denken des Sokrates verschaffen. Bis heute gilt das Lebenswerk Platons als prägend für die nachfolgenden philosophischen Lehren. Bis in unser Jahrhundert hinein finden Platons Ideen immer wieder Anhänger. Vor allem diktatorische Herrscher nehmen gerne Teile von Platons Politea als Legitimation für ihr Handeln. Den Aspekt der Gerechtigkeit allerdings vernachlässigen sie in diesem Zusammenhang jedoch meistens. Alexander der Große 356 bis 323 vor Christus Es ist das Jahr 340 vor Christus. Heiß brennt die Sonne vom Himmel. Ein Junge steht an einer Koppel auf der ein rassiger Hengst weidet. Das Pferd ist wunderschön und wild. Es scharrt mit den Hufen und wirbelt Staub auf. Philipp der Zweite König von Makedonien hat es vor wenigen Tagen gekauft, doch keiner seiner Offiziere traut sich, das ungestüme Tier zu reiten. Der Junge ist jedoch wie besessen von dem edlen Hengst. Er geht auf das schnaubende Tier zu, er greift die Mähne und schwingt sich auf dessen Rücken. Der Hengst bleibt überraschend ruhig und gehorcht seinem jungen Reiter aufs Wort. Als König Philipp das sieht, ruft er dem 15-Jährigen zu, geh, mein Sohn, suche dir ein eigenes Königreich, das deiner würdig ist. Makedonien ist nicht groß genug für dich. Wenige Jahre später wird der Junge diesen Rat befolgen und zum größten Eroberer aller Zeiten werden, Alexander der Große. Alexander wird im Jahre 356 vor Christus als Sohn von Philipp II., König von Makedonien und dessen Frau Olympias geboren. Von seiner Kindheit ist nur wenig bekannt. Als sicher gilt lediglich, dass Alexander eine hervorragende Ausbildung genießt, und zwar sowohl in Literatur und Geografie als auch in Militärgeschichte und Kriegsstrategie. Da Makedonien zu jener Zeit ein einfacher Bauernstaat ist, in dem es keinen adäquaten Lehrer für den jungen Prinzen gibt, holt König Philipp den griechischen Philosophen Aristoteles an seinen Hof, der Alexander ab seinem 13. Lebensjahr unterrichtet. Das makedonische Volk hingegen bleibt ungebildet. Zwar werden immer wieder Versuche unternommen, griechische Bräuche zu kopieren, aber die fehlende Kultur und der derbe Dialekt machen dieses Unterfangen unmöglich. Von den Griechen werden die Makedonier deshalb als barbarisches Volk verachtet. Im Lauf der Jahre gelingt es König Philipp aus seinem Land eine wichtige Militärmacht zu machen. Er erobert Thessalien und Thrakien und zwingt alle griechischen Stadtstaaten ausgenommen Sparta in ein Bündnis unter seiner Herrschaft. Schon an diesen Kriegszügen beteiligt sich der junge Alexander und lernt die strategische Kriegsführung seines Vaters kennen. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist angespannt. Besonders mit den Liebschaften seines Vaters hat Alexander große Schwierigkeiten. 337 vor Christus lässt sich Philipp von seiner Frau Olympias scheiden und heiratet die junge Eurydike. Für Alexander wird diese Eheschließung zu einer ernsten Bedrohung. Ein gemeinsamer Sohn von König Philipp und Eurydike könnte ihm seinen Platz als Thronfolger streitig machen und seine Zukunft als König von Makedonien zerstören. Als Philipp 336 vor Christus bei einem öffentlichen Auftritt von einem Mitglied seiner Leibgarde erstochen wird, überschlagen sich die Spekulationen. Wer hat den Mord in Auftrag gegeben? Steckt Alexanders Mutter Olympias dahinter? Aus Rache für die Scheidung oder aus Angst um die Zukunft ihres Sohnes? Hat Alexander selbst den Mörder beauftragt? Der Fall wird nie gelöst. Alexander jedenfalls besteigt nun den Thron seines Vaters. Dass es keinen nennenswerten Widerstand gegen den neuen Herrscher gibt, ist seinem General Antipatros zu verdanken, der das Heer dazu bewegt, Alexander als König anzuerkennen. Schon in den ersten Tagen unter der Herrschaft des neuen Regenten lässt General Antipatros Mitglieder des Hofstaates exekutieren, die sich weiter an den Spekulationen beteiligen, Alexander habe etwas mit der Ermordung seines Vaters zu tun. Noch im selben Jahr lässt sich der junge König in Korinth der Gefolgschaft der griechischen Städte versichern. Jedoch versuchen die Völker Thrakiens und Illyriens die Situation auszunutzen und sich von der makedonischen Herrschaft zu befreien. Alexander reagiert und zieht 335 vor Christus mit 15.000 Mann nach Norden ins heutige Bulgarien und Rumänien überquert die Donau und wirft die tragische Revolte nieder. Mit den Illyran und den Griechen verfährt er ebenso. Allein in Theben werden 6000 Einwohner getötet, die übrigen 30.000 in die Sklaverei verkauft. Die Stadt wird dem Erdboden gleich gemacht und erst 20 Jahre später wieder aufgebaut. Damit hat Alexander ein Exempel statuiert, das die übrigen aufständischen Städte kapitulieren lässt. Zu Beginn von Alexanders Herrschaft ist das Perserreich die größte Territorialmacht der Erde. In den zurückliegenden Jahrhunderten haben die Perser Könige Palästina, Mesopotamien, Ägypten und Anatolien erobert und mehrere Versuche unternommen, Griechenland zu unterwerfen. Alexander will sich für die jahrelangen Demütigungen seines Volkes durch die persische Übermacht rächen und überquert im Frühjahr 334 vor Christus mit 37.000 Mann den Hellespont. Doch schon die erste Schlacht mit den Persern kostet Alexander beinahe das Leben. Nur der Hilfe seines Generals Kleitos hat er es zu verdanken, dass er gerettet wird. Aber ein Alexander gibt nicht auf. Er greift die Stadt Halikarnassos an, in der sich die Perser verschanzt haben. Die Kämpfe sind sehr verlustreich. Doch schließlich gelingt es ihm, die Stadtmauern zu durchbrechen, wobei ein Großteil der persischen Soldaten entkommt. Obwohl das ursprüngliche Ziel dieses Persien-Feldzuges, nämlich die Eroberung der Westküste, geschafft ist, beschließt Alexander seine Expedition fortzusetzen und trifft entlang der Küsten Lykiens und Pamphyliens auf keinerlei nennenswerten Widerstand. Eine Stadt nach der anderen ergibt sich kampflos dem makedonisch-griechischen Heer. Im Winter 334-333 vor Christus erobert Alexander das anatolische Binnenland. Er stößt von Süden vor, sein General Parmenion von Westen. Die beiden Armeen treffen sich in Gordion, der Hauptstadt der persischen Provinz Phrygien. Hier kommt es zu einer Szene, deren Verlauf sprichwörtlich werden sollte. Die Einwohner Gordions stellen den Eroberern eine scheinbar unlösbare Aufgabe. An einem Wagen ist ein Joch mit einem komplizierten Knoten befestigt. Es heißt, derjenige, der den Knoten lösen kann, wird der Herrscher über ganz Asien. Doch alle bisherigen Versuche, den gordischen Knoten zu lösen, scheiterten. Alexander nimmt sich des Rätsels auf seine ganz eigene Weise an. Er zieht sein Schwert aus der Scheide und durchschlägt den Knoten mit einem kräftigen Hieb. Sein ironischer Kommentar, so einfach war das. In Tarsos erfährt Alexander, Daraios III., der König der Perser, die Bedrohung endlich so ernst nimmt, dass er selbst ein Heer aus dem persischen Kernland nach Westen in die Schlacht führt. Bei Issos treffen die Armeen 333 vor Christus aufeinander und bekämpfen sich, bis der Perser König wegen der großen Verluste vom Schlachtfeld flieht. Alexanders General Parmenion verfolgt den Flüchtenden bis nach Damaskus, erobert die Stadt und erbeutet ihren riesigen Reichtum. Auf 7000 Lasttieren bringt Parmenion Gold und Silber nach Issos, um es an Alexanders Männer zu verteilen. Nach der Schlacht gründet Alexander die erste Stadt in Asien, die er nach sich benennt, Alexandria. Hier siedelt er 4000 Verwundete an. Zu den Gefangenen, die gemacht werden, gehört auch Barsine, die Witwe eines gefallenen persischen Söldnerführers. Es kommt zu einer Liebesaffäre zwischen Alexander und Barsine, aus der später ein Sohn namens Herakles hervorgeht. Daraios sendet Alexander einen Boten, der ihm im Austausch für die Geiseln alle Länder westlich des Euphrat und ein Ende des Feldzuges verspricht. Nachdem sie von diesem Angebot erfahren haben, sagt der treue Parmenion zu seinem jungen König, wäre ich Alexander, ich würde akzeptieren. Alexander antwortet, das würde ich auch, wäre ich Parmenion. Alexander will ganz Persien erobern und zieht weiter. Er beschließt, die persischen Häfen in Phönizien und Ägypten anzugreifen. In Phönizien besitzt Alexander oder ohne Gegenwehr die größten Hafenstädte. Allein in Tyros stößt er auf Widerstand. Die Belagerung dauert sechs Monate. Bei den Kämpfen in den Straßen der Stadt kommen mehrere hundert makedonische Soldaten ums Leben. In seinem Zorn lässt Alexander alle männlichen Einwohner töten. Zweitausend Läster an Kreuze entlang der Küste nageln. Frauen und Kinder werden in die Sklaverei verkauft. Mit dem Fall von Tyros sind nun die Heimathäfen aller persischen Schiffe in makedonischer Hand. Vom Wasser her droht Alexander also keine Gefahr mehr. Auch in Ägypten ist Alexander erfolgreich, da die persischen Besatzer schnell kapitulieren. Er reitet nach Heliopolis, lässt sich zum Pharao von Ägypten ausrufen und wird damit zum Sohn des Gottes Reh. Am Nildelta gründet er im Januar 331 vor Christus ein weiteres Alexandria, die wichtigste und größte all seiner Stadtgründungen. In der Zwischenzeit zieht sein Erzfeind, der Perser König Daraios, eine neue Streitmacht in Assyrien zusammen. Alexander nimmt den Kampf an. Und auch diesmal ist Alexander siegreich. Die persischen Truppen werden trotz ihrer furchteinflößenden Kriegselefanten vernichtend geschlagen. Doch wieder gelingt Daraios die Flucht. Er hofft in Baktrien Unterschlupf zu finden, wo einer seiner Verwandten Stadthalter ist. Der aber nimmt ihn gefangen und bietet Alexander an, Daraios an die Griechen auszuliefern, wenn im Gegenzug Baktrien frei bliebe. Alexander lehnt ab und setzt die Verfolgung fort. Daraufhin tötet der Stadthalter seine Geisel und ergreift die Flucht. Alexander bringt den Leichnam seines erbitterten Gegners Daraios nach Persepolis und sorgt für eine feierliche standesgemäße Beisetzung. Danach läßt er Daraios Mörder verfolgen. Dessen Begleiter haben bald genug von der Hetzjagd, sie beginnen zu meutern, nehmen ihn gefangen und händigen ihn Alexander aus. Der zeigt sich gnadenlos. Er läßt dem Daraios Mörder Nase und Ohren abschneiden und ihn anschließend kreuzigen. Aus dieser Zeit wird berichtet, dass es zwischen Alexander und seinem General Kleitos auf einer Siegesfeier zu einem Streit gekommen sei. Beide seien betrunken gewesen und Kleitos hätte begonnen, Alexanders Vater Philipp zu loben. Das hätte den jähzornigen Alexander so aufgebracht, dass er Kleitos mit einer Lanze getötet habe. Anschließend soll er diese Tat bitterlich bereut haben. Doch Alexanders Neigung zu Alkoholexzessen blieb sein Leben lang eine Schwäche. Immer wieder verliert er die Selbstkontrolle. Nach der Eroberung des gesamten Perser Reichs faßt Alexander den Entschluß, sein Imperium weiter nach Osten auszudehnen. Indien. Für die Griechen ein sagenumwobenes Land, über das sie fast nichts wissen. Anders als heute beginnt das damalige Indien dort, wo Persien endet, im Osten Afghanistans. Es umfaßt das heutige Indien und auch Pakistan. Das Land ist kein geeinter Staat, sondern besteht aus einer Vielzahl von Kleinstaaten. Militärisch ist der Indien-Feldzug unnötig. Neugier und Kriegslust treiben Alexander in diese Schlacht. Während der folgenden Feldzüge handelt Alexander immer grausamer. Nur selten zeigt er sich gegenüber eroberten Regionen großzügig. Städte und Dörfer werden zerstört, die Menschen getötet. Die Schlacht am Hydaspis bringt schließlich den Sieg über die Inder. Während des Kampfes wird Alexander schwer verletzt. Ein Pfeil dringt in seine Lunge ein. Er überlebt, hat aber für den Rest Verwundung zu leiden. 325 vor Christus, zur Zeit des einsetzenden Monsoons, erreicht das Heer die Indusmündung und den Indischen Ozean. Während etwa ein Viertel der Armee auf dem Seeweg die Rückreise antritt, muss der Großteil über den Landweg nach Persien zurückkehren. Tausende sterben in der Wüste Gidrosier. Im Dezember 325 erreichen die Soldaten endlich einen der östlichsten Vorposten Persiens und sind in Sicherheit. Die Siegesfeiern werden genutzt, um zehntausend persische Frauen mit griechischen Soldaten zu verheiraten. Die Ehen sollen dazu dienen, das Zusammenwachsen von Persern und Griechen zu beschleunigen. Alexander selbst heiratet zwei Frauen, eine Tochter des toten Darius und die jüngste Tochter des amtierenden Perserkönigs Artaxerxes des Dritten. Im Herbst des Jahres 324 zieht Alexander in die persische Residenzstadt Egbatana. Hier erkrankt sein Freund Hefestion nach einem der vielen Trinkgelage und stirbt. Alexander, der lange Jahre Hefestions geliebter gewesen war, ist außer sich vor Trauer. Er lässt den Arzt seines Freundes hinrichten, fastet mehrere Tage und richtet ein monumentales Begräbnis aus. Im Mai 323 vor Christus, kurz vor dem geplanten Aufbruch des Heeres nach Arabien, verkündet Alexander, dass sein toter Freund Hefestion fortan als Halbgott zu verehren sei und veranstaltet Feiern, die wieder in Alkoholexzessen enden. Kurz darauf erkrankt er. Über die genaue Krankheit ist man sich bis heute nicht sicher. War es das West Nil Fieber? Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass sein körperlich labiler Zustand, bedingt durch viele Verletzungen und übermäßigen Alkoholkonsum, zu einem Schwächeanfall geführt hat. Seine Ärzte schwören jedenfalls auf die reinigende Wirkung von herbeigeführtem Erbrechen und Durchfall. Dafür geben sie ihm weißen Germer, eine angebliche Heilpflanze. Immer wieder werden ihm geringe Dosen dieser Pflanze verabreicht. Doch sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Am 12. Juni 323 vor Christus stirbt er. Seine Leiche wird in Honig gelegt, um sie für die Ewigkeit zu erhalten. Auf die Frage, wem er sein Reich hinterlassen werde, waren Alexanders letzte Worte dem stärksten von euch. Neben einem Imperium persisch-griechischer Kultur hinterlässt Alexander der Große eine ganze Reihe neu gegründeter Städte, die seinen Namen tragen. Alexandria, Alexandropolis und viele andere. Sein Verdienst ist es, das Tor zur Welt für die Griechen aufgestoßen und den Weg für das römische Reich und das Christentum geebnet zu haben. Sein riesiges Reich zerfällt nach seinem Tod. Durch Kriege und Morde unter seinen Nachfolgern lichten sich die Reihen seiner Freunde. Fast alle seine besten Offiziere fallen den historischen Kämpfen zum Opfer, ebenso der Großteil seiner Familie. Alexander der Große Trotz aller Schwächen war er schon zu Lebzeiten ein Mythos und gilt noch heute als ein militärisches Genie. Städte, die seinen Namen tragen, weisen noch heute auf seine Macht und sein gigantisches Imperium hin. Hannibal 247 bis 183 vor Christus Ich werde vom denkwürdigsten aller Kriege berichten, als die Kartager, geführt von Hannibal, gegen die Römer in die Schlacht zogen. Wahrlich, niemals zuvor hatten mächtigere Nationen oder Städte ihre Waffen gemessen. Niemals zuvor verfügten Rom oder Kartago über mehr Macht und Stärke. Das Glück war so wechselhaft und der Kampf so ungewiss, dass die Seite als Sieger hervorging, die am meisten gefährdet war. Mit diesen Worten beginnt der römische Geschichtsschreiber Titus Libius seine Schilderungen über den Zweiten Punischen Krieg. Entfesselt wurde diese Auseinandersetzung durch den kartagischen Feldherrn Hannibal, der mit seinen genialen Strategien dem römischen Reich beinahe den Untergang brachte. Hannibal wird als Sohn des kartagischen Feldherrn Hamilcar Barkas im Jahre 247 vor Christus in Kartago geboren. Bereits mit neun Jahren nimmt ihn sein Vater in das von ihm beherrschte Spanien mit. Hamilcar Barkas hat den Verlust Sardiniens und Siziliens aus dem ersten Punischen Krieg immer noch nicht verschmerzt und will auch bei seinem Sohn den Hass auf die Erzfeinde aus Rom schüren. Hamilcar der sein Heer auf die Überfahrt seines Sohnes in dieses Land vorbereitete schreibt Titus Livius darüber führte Hannibal vor den Altar ließ ihn mit seinen kleinen Händen die Opfergaben berühren und trug ihm auf sich gegen Rom zu verschwören. Weil es zwischen auf Sizilien lebenden Griechen zum Streit gekommen war hatte eine Partei Rom die andere Karthago zu Hilfe gerufen. Diese beiden bisher friedlich nebeneinander existierenden Großmächte überwarfen sich und so begann der erste Punische Krieg. Nach 23-jähriger Auseinandersetzung errangen die Römer den entscheidenden Sieg und diktierten die Friedensbedingungen. Die Punier so nannten die Römer die Karthager mußten 80 Tonnen Silber als Wiedergutmachung zahlen und Sizilien Korsika und Sardinien abtreten. Als Ersatz für den Verlust dieser Inseln eroberten die Karthager weite Gebiete Spaniens. Durch einen Vertrag versuchte Rom schließlich die weitere Ausdehnung der Karthager in Spanien zu unterbinden. Das funktionierte zunächst auch. Bis Hannibal kam. Als junger Soldat verdient sich Hannibal im Handumdrehen den Respekt der Truppe. Er wird wegen seiner Unerschrockenheit bewundert. Stets stellt er sich an die Spitze der gewagtesten Schlachtordnungen, ist sehr mutig, aber zugleich auch umsichtig. Seine körperliche Kraft scheint unerschöpflich, seine Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte sogar fast übermenschlich. Er kennt keine Müdigkeit und wird nie bedrückt. Mit dem Essen hält sich Hannibal sehr zurück und ist auch sonst sehr bescheiden. Zum Ausruhen legt er sich einfach auf den harten Boden und bedeckt sein Gesicht mit einem Helm. Äußerlich unterscheidet er sich kaum von einem gewöhnlichen Soldaten. Jedoch militärisch, da verfügt Hannibal über die besten Waffen und Pferde und ist in allen kriegerischen Disziplinen der Beste. Aber auch schlechte Eigenschaften werden ihm nachgesagt. Schrecklich grausam und tückisch sei er, unaufrichtig, ohne Schamgefühl, Respekt und gottlos. Als 25-Jähriger wird Hannibal Oberbefehlshaber der karthagischen Truppen in Spanien. Sofort nach seiner Ernennung beschließt er den Krieg gegen Rom. Die Gelegenheit dazu ist günstig. Die Kelten lehnen sich gegen die Römer auf und ein Krieg zwischen Rom und Makedonien steht unmittelbar bevor. Sagunt, eine Stadt auf der iberischen Halbinsel unter römischem Schutz, ist sein erstes Ziel. Hannibal fällt mit seinem Heer in das Gebiet ein, zerstört die umliegenden Felder und attackiert die Stadt von mehreren Punkten aus. Doch die Sagunter verteidigen ihre Stadt verbissen. Die Karthager werden immer wieder von heftigem Pfeilhagel zurückgetrieben. Nach acht Monaten Belagerung fällt 219 vor Christus die reiche Handelsstadt endlich in die Hände der Karthager. Ein Gesandter Hannibals überbringt dem Senat von Sagunt die Forderung, dass alles Gold und Silber, ob privat oder öffentlich abzugeben sei und alle Einwohner die Stadt verlassen zu haben. Als die Menschen das hören, tragen sie sämtliche Kostbarkeiten zusammen, werfen sie auf einen Haufen und stecken sie in Brand. Anschließend stürzen sich die Bewohner der Stadt selbst in die Flammen, um der Erniedrigung durch die Karthager zu entgehen. Nach der Zerstörung von Sagunt erscheint eine römische Gesandtschaft in Karthago, um die Auslieferung Hannibals zu fordern. Die Karthager reagieren mit Spott und Ton auf dieses Ansehnen, woraufhin Rom den Krieg erklärt. Hannibal bereitet sich im Winter 219- 218 vor Christus auf den Feldzug gegen Rom vor. Er kommandiert 120.000 Infanteristen, 16.000 Reiter und 58 Elefanten. Seine Armee setzt sich aus Karthagern, Spaniern und Libiern zusammen. Im Frühling bricht Hannibal mit einem Teil seiner Streitkräfte auf, um das Römische Reich anzugreifen. Der Rest wird zur Sicherung Spaniens und Afrikas zurückgelassen. Die Römer erwarten Hannibals Truppen auf dem Meer und wollen sie mit zwei stark bemannten Flotten gleichzeitig in Afrika und Spanien angreifen. Viel zu spät erfahren sie, dass Hannibal den Fluss Ebro, das Pyrenäengebirge und sogar schon die reißende Rhone überschritten hat. Erst jetzt wird den Römern klar, dass Hannibal auf dem Landweg nach Italien zieht. In Rom bricht Panik aus. Der größte Teil der römischen Truppen ist außer Landes. Ihnen gelingt es gerade noch, die Küstenstraße zwischen Alpen und Meer zu sperren. Dann geschieht etwas für die Römer völlig Unerwartetes. Hannibal weicht aus und wählt den Weg über die Alpen mit 50.000 Mann, darunter Afrikaner und Spanier, 37 Kriegselefanten und der gesamten Reiterei bricht er im Spätherbst in das Hochgebirge südlich des Mont Blanc auf. Die wilden Bergvölker empfangen die ungebetenen Gäste mit Stein und Geschosshage. Der Aufstieg ist steil und extrem mühsam. Die Soldaten aus dem fernen Süden packt die Angst. Viele von ihnen haben noch nie Schnee gesehen, berührt oder gar betreten. Bis zum Bauch stehen die Wüstenpferde immer wieder im tückischen Neuschnee. Gähnende Abgründe und Gletscherspalten verschlingen ausrutschende Elefanten und Pferde, Soldatenwagen und Kriegsmaschinen. Während heftiger Schneestürmer müssen Wege gebahnt und Schluchten überquert werden. Zu allem Übel wird auch noch die Verpflegung knapp. Doch schließlich wird der Gebirgskamm erreicht. Hannibal gibt seinem Heer eine Pause von zwei Tagen. Inmitten von Sturm und Eis errichten die Soldaten ein Notlager. Als für einen Augenblick die Nebelschleier aufreißen, können der Feldherr und seine Männer die in der Sonne liegenden Felder und Auen Italiens sehen. Hannibal zeigt in die Ferne und ruft Haltet aus! Das soll euer sein, wenn die Berge bezwungen sind. Der Abstieg beginnt. Nach fünfzehn quälend anstrengenden Tagen hat die erschöpfte Truppe die Alpen überquert. Nicht einmal die Hälfte des stolzen Heeres hat das selbstmörderische Unternehmen überlebt. Doch für Hannibal ist jetzt nur eins wichtig. Die Gallier, erklärte Feinde der Römer, müssen dazu gebracht werden, seinen Angriff zu unterstützen. Ohne eine Pause zu machen, belagert er die oberitalienische Stadt Turin und nimmt sie nach drei Tagen ein. Nach weiteren siegreichen Schlachten schließen sich die Gallier tatsächlich den Karthagern an und ziehen mit ihnen in den Krieg. In Rom ist man über die Siege Hannibals entsetzt. Nur das Apenningebirge kann den Punischen Vormarsch im Frühjahr 217 vor Christus kurzzeitig stoppen. Römer und Karthager liegen sich im Feld gegenüber. Um die Römer zu täuschen lässt Hannibal ein paar seiner Leute eines Abends viele kleine Feuer im Lager schüren. Von Weitem sieht es so aus, als ob sich die karthagischen Truppen wie gewöhnlich auf die Nachtruhe vorbereiten. In Wirklichkeit bricht Hannibal jedoch mit seinem Heer auf und umgeht die Stellung der ahnungslosen Römer. Im Eiltempo marschiert Hannibal auf der neu erbauten römischen Heerstraße Richtung Hauptstadt. Als die Römer die List erkennen, ziehen sie hinter ihm her, um ihn einzuholen. Plötzlich versperren im Nebel verhangenen Engpass am Trasimener See Baumstämme den Weg. Sie sitzen in der Falle. Von den bewaldeten Höhen stürmen die wilden Scharen Hannibals herab. Nach der vernichtenden Niederlage wechselt Rom den Befehlshaber aus. Doch auch dessen eher defensiv eingestellter Nachfolger kann die Siegesserie der Karthager nicht bremsen. Am 2. August des Jahres 216 vor Christus verbluten während der Schlacht bei Cannae 50.000 römische Soldaten Nun ist der Weg frei nach Rom. Doch Hannibal greift die Hauptstadt nicht an. Er belagert sie auch nicht. Denn er weiß, wie gut sie befestigt ist. Außerdem erweisen sich die ihn unterstützenden Kelten als nicht gerade zuverlässige Verbündete. Im Gegensatz dazu ist die italienische Eidgenossenschaft an politischer Festigkeit und militärischen Hilfsmitteln den Karthagern weit überlegen. Einen Kriegsstillstand wie zum Beispiel bei einer Belagerung kann sich Hannibal nicht leisten, da er sonst seine taktische Überlegenheit verlieren würde. Also zieht Hannibal an Rom vorbei und wendet sich nach Süden. Dort versucht er die römischen Bundesgenossen in Mittel- und Unteritalien auf seine Seite zu bringen. Doch vergeblich nur wenige Städte schließen ein Bündnis mit Jahre vergehen bis Hannibal dann doch gegen Rom marschiert. Durch die Gassen halt der Ruf Hannibal ad portas Hannibal bei den Toren was als Hannibal ante portas sprichwörtlich bleibt. Die Römer geben nicht auf, sondern stellen ein neues Heer auf, in das sogar freigelassene Sklaven und Verbrecher aufgenommen werden. Und so gelingt es ihnen allmählich abtrünnige Städte unter Italiens und Siziliens zurück zu erobern. Hannibals Bruder Hasdrubal bricht in der Zwischenzeit von Spanien nach Italien auf. Gemeinsam wollen die Brüder Rom angreifen, der eine vom Norden, der andere vom Süden aus. Hannibal, der vor Ort auf Hasdrubal wartet, wird langsam unruhig. Zu lange scheint der geliebte Bruder mit seinen Truppen unterwegs zu sein. Da wird eines Nachts ein Paket über den Wall von Hannibals Feldlager geschleudert. Es enthält den Kopf seines Bruders, der wenige Tage zuvor etwa 200 Kilometer nordöstlich von Rom geschlagen wurde. Hannibals letzte Angriffspläne auf Rom sind damit gescheitert. Drei Jahre später will der römische Felder Publius Cornelius Scipio ins Zentrum der karthagischen Macht vordringen. Er setzt nach Afrika über und zieht gegen Karthago in den Krieg. Hannibal, von den Karthagern zurückgerufen, tritt ihm mit seinen Truppen entgegen. Bei Zama kommt es im Jahre 202 vor Christus zur Schlacht. Sie endet mit einem entscheidenden Sieg der Römer. Das besetzte Karthago muss auf Spanien verzichten und fast alle Kriegsschiffe ausliefern. Außerdem darf Hannibal ohne Erlaubnis der Römer keinen Krieg mehr führen. Die Reparationsforderungen sind enorm. Aufgrund römischer Intrigen muss Hannibal ein Jahr nach der verlorenen Schlacht aus Karthago fliehen. In den folgenden Jahren findet er Unterschlupf bei den Königen von Syrien und Bethynien. Im Jahr 183 vor Christus verlangt Rom die Auslieferung Hannibals. Als er davon erfährt, vergiftet er sich. dass sich ein karthagischer Feldherr in römische Gefangenschaft begibt, ist unvorstellbar. Mit dem Tod Hannibals scheint auch das Schicksal Karthagos besiegelt. Als 50 Jahre später der dritte punische Krieg ausbricht, gelingt den Römern der endgültige Sieg. Die 50.000 überlebenden Karthager werden im Landesinneren angesiedelt. Die Stadt selbst wird von den Römern dem Erdboden gleichgemacht. Das römische Imperium ist nun gefestigt und seiner Macht steht für lange Zeit nichts mehr im Wege. Hannibal, der einzige, der die Vormachtstellung Roms je hätte verhindern können, ist zu diesem Zeitpunkt schon lange tot. Julius Cäsar 100 bis 44 vor Christus Es ist der Morgen des 15. März im Jahr 44 vor Christus Gaius Julius Cäsar der römische Diktator erwacht nach einer unruhigen Nacht. Die ständigen Auseinandersetzungen mit dem Senat machen ihm zu schaffen. Übelkeit steigt in ihm hoch. Er hat ein ungutes Gefühl. Auch seine Frau Kalpurnia wirkt verstört. Sie hat in der Nacht von der Ermordung ihres Gatten geträumt. Cäsar spielt mit dem Gedanken, die heutige Senatssitzung abzusagen. Doch Brutus, einer der höchsten Beamten Roms, überredet ihn, an der Sitzung teilzunehmen. Bevor Cäsar gegen 11 Uhr das Haus verlässt, erhält er einen Hinweis auf ein geplantes Attentat. Achtlos schiebt er das anonyme Schreiben unter seine Akten. Ein folgenschwerer Fehler. Kaum betritt er das Regierungsgebäude, stürzt sich eine Gruppe Männer auf ihn. Sie stechen mit Messern auf ihn ein, bis er zusammenbricht und stirbt. 23 Stichwunden weist sein Körper auf. Gaius Julius Cäsar wird am 12. oder 13. Juli 100 vor Christus in Rom geboren. Er ist Sprössling der Gens Julia, einer der bedeutendsten römischen Familien. Seine Vorfahren führen ihre Wurzeln auf Julius, den Sohn des trojanischen Adligen Enäas zurück, der ein Sohn der Göttin Venus gewesen sein soll. Cäsars Familie ist gemessen am Standard des römischen Adels nicht reich, aber sie hat ihre Positionen im Staat. Sein Vater wird 92 vor Christus zum Präter gewählt, einige Verwandte sind Konsulen und Zensoren, sein Onkel ist der Feldherr Marius, der die Kimbern und Teutonen besiegt und als mehrmaliger Konsul die Partei der Popularen im römischen Senat anführt. Mit 16 Jahren heiratet Cäsar Cornelia, die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Zinner, zu den Popularen gehört. Mit Cornelia hat er eine Tochter namens Julia. Die Familienverbindung zu Zinner und seine Verwandtschaft mit Marius bringen Cäsar in Opposition zum damals in Rom regierenden Diktator Sulla, der die Partei der Optimaten vertritt. Dieser verlangt von Cäsar, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen solle, um die unsägliche Verbindung zur falschen Partei zu lösen. Cäsar gelingt es jedoch, sich dieser zu entziehen. Dank einflussreicher Freunde wird er später zwar von Sulla begnadigt, kehrt aber nicht nach Rom zurück, sondern wird stattdessen mit 19 Offizier in Asien. Erst nach dem Rücktritt Sulla's 78 vor Christus wendet sich Cäsar wieder seiner Heimatstadt zu und verfolgt seine politische Karriere. Er meidet zunächst die direkte politische Einflussnahme, tritt aber als Ankläger gegen mehrere Anhänger Sullas auf, die er wegen Erpressung belangt. Durch diese Prozesse erregt er große Aufmerksamkeit und beweist damit erneut seine Opposition zum Lager der Solaner. Um Anfeindungen aus dem Weg zu gehen, entschließt er sich Rom erneut zu verlassen. Ungewöhnlich ist, dass er sich nicht zu einer militärischen Mission meldet, um sich als Offizier einen Namen zu machen, sondern eine Studienreise nach Ordos unternimmt, wo er seine Redekunst verbessern will. Sein berühmter Lehrmeister Apollonios attestiert ihm eine außergewöhnliche Redegabe. Auf dem Weg nach Rodos gerät Cäsar in die Gefangenschaft von Piraten. Laut Legende echauffiert er echauffiert er sich über die niedrigen Lösegeld Forderungen, die die Piraten an seine Familie stellen und fordert seine Entführer auf, die Forderungen zu erhöhen, da er wesentlich mehr wert sei. 40 Tage befindet er sich in Gefangenschaft. Kaum auf freiem Fuß organisiert er eine private Seestreitmacht, fängt die Piraten und lässt sie kreuzigen. 73 vor Christus kehrt Cäsar nach Rom zurück und erreicht neben der Ernennung zum Militärtribun eine Wahl ins erste höhere Amt. Anstelle eines verstorbenen Verwandten wird er ins Priesterkollegium gewählt. Dieser Rat ist für Fragen des römischen Staatskultes zuständig und kann somit auch politischen Einfluss ausüben. Vier Jahre später bekleidet er schließlich die Questur, die unterste Stufe der politisch bedeutenden Ämter der Römischen Republik. Als Cäsars erste Frau Cornelia 68 vor Christus stirbt, heiratet er Pompeja, eine sehr wohlhabende Enkelin Sullas. Pompeja hat den Vorsitz über einen geheimen Fruchtbarkeitskult. Männer haben zu diesem Zirkel keinen Zutritt. Als die heiligen Riten zur Ehre der guten Götten im Hause Cäsars entweiht werden, weil sich ein gewisser Clodius in Frauenkleidern Zugang dazu verschafft hat, kommt es zu einem öffentlichen Skandal. Angeblich soll Clodius Pampeja verführt haben. Doch Cäsar glaubt die Anschuldigungen nicht und spricht die beiden vom Vorwurf des Ehebruchs frei. Trotzdem trennt er sich von seiner Frau und begründet seinen Entschluß mit den Worten Worten, die Frau Cäsars sollte nicht nur rein sein, sondern es auch scheinen. Das erste wichtige Amt Cäsars außerhalb Roms ist das des Stadthalters in Spanien. Seine aggressive Kriegsführung gegen die Ibera stärkt seinen Ruf als fähigen Strategen und gleichzeitig seine Finanzen. Aus seiner Zeit in Spanien wird erzählt, dass er beim Anblick der Statue von Alexander dem Großen in Tränen ausbricht. Er fühlt sich dem ruhmreichen makedonischen Eroberer unterlegen und wünscht sich nichts mehr als so zu sein wie er. In Rom widersetzen sich viele Senatoren Cäsars Ambitionen Konsul zu werden. Daher geht er mit Crassus und Pompeius eine strategische Partnerschaft ein. Alle drei wollen ihre jeweiligen Einflussmöglichkeiten. erweitern. Die von den römischen Geschichtsschreibern als erste drei Männer Herrschaft, das sogenannte erste Triumvirat bezeichnete Allianz, bringt Geld, Militär und politischen Einfluss zusammen. Crassus ist der reichste Mann Roms, Pompeius der erfolgreichste General. Mit Unterstützung des Triumvirats wird Cäsar gegen den Widerstand der Optimaten Partei 59 vor Christus zum Konsul gewählt und erhält im Folgejahr durch ein Sondergesetz als Prokonsul für fünf Jahre die Verwaltung der Provinzen Gallia Cisalpina, Illyricum und Gallia Narbonensis. Dadurch wird es ihm möglich, seine Macht gegen den Senat auszubauen. Vor seinem Amtsantritt heiratet er Kalpurnia. Mit der Verlängerung des Triumvirats 56 vor Christus bleibt Cäsar auch weitere fünf Jahre pro Konsul. Als solcher kann er Heere aufstellen und obwohl dies nicht zu seinen Pflichten gehört, beginnt er mit Eroberungs Feldzügen. In den folgenden Jahren führt er die Gallischen Kriege, in deren Verlauf er ganz Gallien erobert, zweimal über den Rhein zieht und nach Britannien übersetzt. Innerhalb von zehn Jahren gelingt es ihm, das gesamte freie Keltenland zu erobern. Hierbei kommt es Cäsar zugute, dass die gallischen Stämme untereinander zerstritten sind und sich daher nicht gegen den gemeinsamen Gegner verbünden. Viele Stämme rufen ihn stattdessen gegen andere Stämme zu Hilfe und werden selber von dem ehrgeizigen Feldherrn erobert. 53 vor Christus wird Crassus bei einem Feldzug besiegt und getötet. Im Jahr zuvor war Cäsars Tochter Julia, die Ehefrau des Pompejus, gestorben. Nachdem nun auch ihre familiären Bindungen zerrissen sind, ist die endgültige Entfremdung zwischen Cäsar und Pompejus besiegelt und das Bündnis bricht auseinander. Während Cäsar durch den Krieg in Gallien festgehalten wird, versuchen seine politischen Gegner ihn abberufen zu lassen und in Rom vor Gericht zu stellen. Pompejus, ein Jahr später zum alleinigen Konsul mit außergewöhnlichen Vollmachten gewählt, versucht, die günstigen Umstände zu nutzen, um seinen Rivalen auszuschalten und sich die Alleinherrschaft zu sichern. Zu diesem Zweck nähert er sich politisch der Senatspartei an. Nachdem man Cäsar vergebens aufgefordert hatte, sein Heer zu entlassen, beschließt der Senat seine Absetzung. Außerdem wird Pompejus mit unbeschränkten Vollmachten ausgestattet, um den Kampf gegen Cäsar aufzunehmen. Der Bürgerkrieg beginnt, als Cäsar am 10. Januar 49 vor Christus mit 5000 Soldaten den Rubikon überschreitet, einen kleinen Grenzfluss, der seine Provinz Gallia des Alpina von Italien trennt. Der berühmte Satz »Alea Iacta est«, wörtlich »Der Würfel ist geworfen«, ist dabei in dieser Weise von ihm übrigens nie gesagt worden. Innerhalb von drei Monaten erkämpft er sich die Kontrolle über ganz Italien. Cäsar gewinnt die beiden spanischen Provinzen, den eigentlichen Rückhalt des Pompejus und nach halbjähriger Belagerung fällt auch die Hafenstadt Massilia, das heutige Marseille. Inzwischen hat sich Cäsar in Rom zum Diktator ernennen lassen, übt das Amt jedoch nur wenige Tage aus und wird für das Jahr 48 vor Christus zum Konsul gewählt. Anfang dieses Jahres verfolgt er Pompejus bis nach Griechenland und besiegt ihn in der Schlacht bei Pharsalos. Pompejus kann nach Ägypten entkommen, wo er jedoch ermordet wird, noch bevor sein Widersacher ihn dort einholen kann. Cäsar besetzt Alexandria und trifft dort auf Kleopatra. Die beiden verlieben sich ineinander und bereisen auf der Königsbarke den Nil. Den ägyptischen Thronstreit entscheidet Cäsar zugunsten Kleopatras und zeugt mit ihr einen Sohn, Cäsarion. 47 vor Christus unterwirft er Kleinasien und kehrt nach Rom zurück. Aus jenen Zeiten als uneingeschränkter Herrscher stammt eine Beschreibung der Person Cäsars, Jahre später von dem römischen Schriftsteller Sveton festgehalten. Den Erzählungen nach war er von großer Statur und weißer Gesichtsfarbe heißt es darin, die Gliedmaßen wohl geformt, das Antlitz etwas rundlich, die Augen schwarz und stechend von guter Gesundheit. Auf sein Äußeres legte er dermaßen großen Wert, daß er sich nicht nur mit aller Sorgfalt rasieren und die Haare schneiden, sondern auch enthaaren ließ. Oft ärgerte er sich über seine Kahlheit, die ihn mehr als einmal zum Gespött seiner Feinde machte. Aus diesem Grund ließ er sein sperrliches Haar vom Scheitel in die Stirn fallen Senat zuteil wurden, gab es nichts, von dem er lieber Gebrauch machte, als von dem Recht, immer einen Lorbeerkranz zu tragen. Cäsars Macht zu dieser Zeit basiert auf seiner Stellung als Diktator. Dieses Amt wird ihm auf Lebenszeit verliehen, obgleich es laut Verfassung der Republik nur auf Ausnahmesituationen und dann auch auf maximal sechs Monate beschränkt ist. Obwohl er den Titel Rex, also König, ablehnt, trägt seine Herrschaft starke monarchische Züge. 45 vor Christus wird er auf zehn Jahre zum Konsul gewählt und mit weiteren Ehrungen und Vollmachten ausgestattet. So hat er die Oberaufsicht über sämtliche Streitkräfte, darf Robe und den Goldkranz des siegreichen Feldherrn tragen und hat als Pontifex Maximus, oberster Priester, die Entscheidungsgewalt über sämtliche religiösen lange. Seine Herrschaft beinhaltet ein breit angelegtes Reformprogramm zur Neuordnung des Staates und der Provinzen. Unter anderem versorgt er seine Veteranen mit Land und vereinfacht die Voraussetzungen für den Erwerb des römischen Bürgerrechtes. Darüber hinaus führt er mit dem nach ihm benannten julianischen Kalender eine reformierte Zeitrechnung ein, plant die Anlage einer umfangreichen Bibliothek und die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe. Caesars Machtposition stößt besonders in den Kreisen der Oppositionellen Senatsfamilien auf Ablehnung. 44 vor Christus plant eine Gruppe von republikanischen Senatoren den Tyrannenmord. Unter den Verschwörern befindet sich auch Brutus, der Sohn einer Geliebten und Caesars Adoptivkind. Am 15 März an den Iden des März wird Caesars beim Betreten des Senatsgebäudes von seinen Senatoren niedergestochen. Auch du Brutus mein Sohn Das sind Caesars berühmt gewordenen letzten Worte, die er an den Mann richtet, dem er trotz aller politischen Unterschiede eine Art väterlicher Freund gewesen war. Dies ist das gerechte Ende eines Tyrannen, wird später Cicero schreiben, der, obwohl politisch ein Gegner Caesars, an der Verschwörung jedoch nicht beteiligt war, aber Augenzeuge der Tat wurde. Caesar, der große römische Staatsmann, Feldherr und Autor. Seine Taten, seine Verschwendungssucht, sein Machthunger sind auch nach über 2000 Jahren legendär. Sein Name wurde zum Titel aller nachfolgenden Herrscher des römischen Reichs und die abgeleiteten Bezeichnungen Kaiser und Zar erinnern noch heute an ihn. Und noch etwas wird bis heute heftig diskutiert, die These, dass Caesar selbst die Verschwörung gegen sich inszeniert hat und sein Tod somit ein indirekter Selbstmord gewesen ist. Kleopatra 69 bis 30 vor Christus Macht und Erotik eine prickelnde Mischung. Oft führte sie in der Geschichte zu Affären und Intrigen, sorgte für Skandale und löste sogar Kriege aus. Geschickt setzten vor allem Frauen immer wieder ihre körperlichen Reize ein, um machtpolitische Ziele zu erreichen. Eine besonders pikante Szene spielte sich im Jahre 42 vor Christus ab. Der römische Feldherr Mark Anton residiert in der Stadt Tarsus am östlichen Mittelmeer. Er erwartet hohen Besuch, Kleopatra von Ägypten. Sie hatte schon Caesar betört und war mit seiner Hilfe an die Macht gekommen, aber um die ist es zu dieser Zeit schlecht bestellt. Hunger und Pest bedrohen die innere Stabilität Ägyptens. Was käme da gelegener als ein starker Verbündeter? Als Mark Anton seinen Gast empfängt, ist er sprachlos. Kleopatra ist fast nackt. Sie trägt lediglich ihren Juwelenschmuck und eine Art Tanga aus Perlen. Der gewagte Auftritt verfehlt seine Wirkung nicht. Mark Anton verliebt sich augenblicklich in die Ägypterin und schließt kurze Zeit darauf ein Bündnis mit ihr. Kleopatra, um genau zu sein, Kleopatra die siebente Philopator wird im Jahre 69 vor Christus als Tochter von Ptolemäus dem Zwölften, dem König von Ägypten in Alexandria geboren. Ihr Name leitet sich von zwei griechischen Worten ab und bedeutet so viel wie Ruhm ihres Vaters. Wer ihre Mutter war, ist nicht bekannt. Das Mädchen hat fünf Halbgeschwister, die zwar alle denselben Vater haben, deren Mütter aber ebenfalls unbekannt sind. Kleopatra sieht schon in jungen Jahren die Schattenseiten des Lebens. Ihr Vater ist als König nicht fähig, die schwierige Lage seines Landes zu meistern und den wirtschaftlichen Niedergang Ägyptens aufzuhalten. Da ihn seine Untertanen immer stärker verachten, flieht er nach Rhodos. Die Herrschaft übernehmen Kleopatras ältere Schwestern. Vor allem Berenike, die sich den Thron dauerhaft sichern will, scheut vor nichts zurück, um ihren Vater, König Ptolemäus, von Ägypten fernzuhalten. Sogar ein Mordversuch wird ihr nachgesagt. Als Ptolemäus im Jahre 55 vor Christus trotz allem nach Ägypten zurückkehrt, lässt er Berenike hinrichten und nimmt Rache an ihren Anhängern. Nun ist Kleopatra die nächste in der Erbfolge. Rein äußerlich kann man sie nicht gerade als Schönheit bezeichnen. Auf den Münzen, die sie selbst prägen lässt, wird sie mit langer Hakennase dargestellt. Doch sie besitzt einen sprühenden Charme und ist umfassend gebildet. Sie versteht es, mit den Vertretern der meisten orientalischen Völker in deren Sprache zu sprechen. Zudem ist sie sehr zielstrebig, willensstark und listig, was sie schnell zu einer der führenden Persönlichkeiten des Orients macht. Als Ptolemäus 51 vor Christus stirbt, besagt das Testament, dass Kleopatra zu gleichen Teilen wie ihr Halbbruder Ptolemäus der Jüngere Anrecht auf den Thron habe. Nach ägyptischer Tradition wird Kleopatra, die zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt ist, mit ihrem nur neun, manche sagen auch zehn Jahre alten Halbbruder vermählt und an seiner Seite Königin von Ägypten. Beide stehen jedoch in einem ständigen Machtkampf und sowohl Bruder als auch Schwester sind alle Mittelrecht, um die Alleinherrschaft an sich zu reißen. Mit 20, also etwa um 48 vor Christus, wird Kleopatra gewaltsam vom Thron gestoßen. Da sie aber um jeden Preis um die Krone kämpfen will, sammelt sie außerhalb Alexandriens eine große Streitmacht um sich und entfacht einen Bürgerkrieg gegen ihren Bruder und Gemahl Ptolemäus. Julius Cäsar erfährt von diesen Unruhen, reist nach Alexandria und befiehlt beiden Seiten den Kampf zu beenden. Kleopatra wittert ihre Chance in einem persönlichen Gespräch mit Cäsar und lässt sich zu diesem Zweck unter Teppichen versteckt auf einem Schiff zu ihm bringen. Wie diese erste Begegnung zwischen Kleopatra und Cäsar genau abläuft, ist uns zwar nicht überliefert, aber der weitere Verlauf der Geschehnisse lässt vermuten, dass Cäsar sofort von Kleopatra fasziniert ist und ihrer sinnlichen Ausstrahlung erliegt. Mit etwa 22 Jahren wird Kleopatra zur Geliebten des immerhin schon 51 Jahre alten römischen Diktators. Am Tag nach der ersten Begegnung mit Kleopatra befiehlt Cäsar Ptolemäus sich mit seiner Schwester und Gemahlin zu versöhnen und Ägypten weiterhin gemeinsam zu regieren. Ptolemäus denkt gar nicht daran, ignoriert den Befehl Cäsars und lässt sein Heer den von Cäsar bewohnten Teil Alexandrias stürmen. Da ergreift der anfänglich neutrale Römer für Kleopatra Partei, tritt in den Krieg ein und hilft seiner Geliebten den Thron zurück zu gewinnen. Ptolemäus stirbt und Cäsar bestimmt dessen jüngeren Bruder zu Kleopatras Gemahl und Mitregenten. Zwar hatte Kleopatra gehofft Ägypten alleine regieren zu können, doch mit dem erst elf Jahre alten Nachfolger ihres Bruder Gemahls würde sie wohl fertig werden. Es kommt zu Aufständen und schweren Kämpfen. Die sagenhafte Bibliothek von Alexandria wird niedergebrannt, Teile der Hauptstadt verwüstet, doch Kleopatra und ihr mächtiger Beschützer Cäsar überstehen die Unruhen unbeschadet. Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten zieht Cäsar aus Ägypten ab. Nur wenige Monate später lädt er Kleopatra zu sich nach Rom ein und behält sie für einige Zeit in seiner Villa, in der auch seine Gemahlin Kalpurnia lebt. Für die Oberschicht der Römer, allen voran der Dichter und Redner Cicero ist das ein Skandal und damit nicht genug bekommt Kleopatra von Cäsar auch noch ein Kind, einen Sohn, den kleinen Cäsarion. Einen Monat nach Cäsars gewaltsamem Tod an den Iden des März des Jahres 44 vor Christus kehrt Kleopatra nach Alexandria zurück. Noch im selben Jahr erhebt sie ihren Sohn als Ptolemaius den 15. zum Mitregenden. Als es schließlich 43 vor Christus zum Zusammentreffen mit Mark Anton kommt, ist dieser von Kleopatras Reizen verzaubert und verwirrt. Beide geben sich einem ausschweifenden Luxusleben hin. Es wird erzählt, dass bei Festspielen in Alexandria ein enger vertrauter Marc Antons nackt als Meeresgott auftritt, von Kopf bis Fuß in grüne Farbe getaucht. Kleopatra wirft zum Dessert eine der beiden kostbarsten Perlen jener Zeit in Essig und trinkt genüsslich den sündhaft teuren Cocktail. Der sinnlichen Ägypterin gelingt es Marc Anton hörig zu machen. Er schließt mit ihr eine politische Allianz und sie weiht den eher zurückhaltenden in die Liebeskünste ein. Aber trotz allem kommt es zwischen Marc Anton und Kleopatra häufig zu heftigen Auseinandersetzungen und so verlässt der Römer 40 vor Christus Ägypten und heiratet die Römerin Octavia. Nach drei Jahren holt er Kleopatra jedoch wieder zu sich. Ergebnis der Wiedersehensfreude sind die Zwillinge Alexander. und Kleopatra. Ein Jahr später heiraten die beiden, wohnen gemeinsam in Alexandria und zeugen noch ein drittes Kind, das auf den Namen Ptolemäus hört. Nach dem Sieg von Marcanton über Armenien sieht sich Kleopatra nun Königin der Könige genannt, ihrem Traumziel eines ägyptisch-ost-mediterranen Riesenreiches nahe. Marcanton regiert zu dieser Zeit die östlichen Mittelmeerregionen, die den Römern gehören. 35 vor Christus werden Kleopatra und ihr Sohn Cäsarion als gemeinsame Herrscher von Ägypten und Zypern gekrönt. In den folgenden Jahren lässt sich Kleopatra als neue Isis wie eine Göttin verehren. Auf Münzen wird sie oft als Aphrodite dargestellt. Auch Marcanton wird in den Rang eines Gottes erhoben. Der Größenbahn der beiden kennt keine Grenzen mehr. 32 vor Christus veröffentlicht Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in Rom im Senat das Testament von Marc Anton, das dieser für den Fall seines Todes in einem römischen Tempel hinterlegt hatte. Darin steht, dass er sein Land nach seinem Tode Kleopatra und den gemeinsamen Kindern vermachen werde. Der römische Senat ist außer sich. Das ausschweifende Leben der beiden war den Senatoren schon lange ein Dorn im Auge. Diese Nachricht bringt das Fass zum Überlaufen. Der römische Senat beschließt den Krieg gegen das unselige Liebespaar. Im Streit zwischen Octavian und Marc Anton spielt Octavia eine traurige Rolle. Einerseits die Frau von Marc Anton, andererseits die Schwester Octavians versucht sie zwischen beiden diplomatisch zu vermitteln. Vergeblich. 32 vor Christus schickt ihr Marc Anton den Scheidungsbrief. Die letzten Verbindungen zwischen ihm und Octavian sind gekappt. Zahlreiche Kriege, Rückschläge und Niederlagen machen aus Marc Anton einen gebrochenen Mann. Einmal versucht er sich das Leben zu nehmen. Er will nicht mehr kämpfen. Er ist lustlos und gleichgültig. In einem letzten Aufbäumen versucht er Soldaten des gegnerischen Heeres abzuwerben und fordert Octavian zum Duell heraus. Die Entscheidung fällt in der Schlacht von Actium 31 vor Christus. In diesem Seegefecht vor der nordwestgriechischen Küste zeichnet sich bald seine Niederlage ab. Noch während die Schlacht tobt, flüchtet Kleopatra in ihr Mausoleum und schickt einen Boten aus, um Mark Anton zu sich zu holen. Doch die Nachricht, die ihm überbracht wird, lautet, die ägyptische Königin ist tot. In grenzenloser Trauer und Verzweiflung stürzt sich Mark Anton in sein Schwert. Wenn Kleopatra tot ist, will auch er nicht mehr leben. Schwer verletzt auf dem Boden liegend, erfährt er, dass die Meldung falsch war. Mit letzter Kraft befiehlt er, dass man ihn zu ihr bringt. Dort stirbt er in ihren Armen. Am 1. August 30 vor Christus erobert Octavian die ägyptische Hauptstadt Alexandria und lässt Kleopatras Sohn Cäsarion hinrichten. Damit endet Kleopatras Traum eines hellenistischen Königreiches unter römischem Schutz. Ägypten wird annektiert und dient fortan als Kornkammer des römischen Reiches. Das Königreich wird ab jetzt von einem römischen Prokonsul regiert und gilt in Rom als eine jener Provinzen, in denen man schnell reich werden kann. Octavian erlaubt Kleopatra, ein pompöses Begräbnis für Marcanton auszurichten. Anschließend will er sie im Triumphzug nach Rom führen. Doch dazu kommt es nicht. Geplagt von einer Wundinfektion, besorgt um ihre Kinder, kehrt die Witwe in ihren Palast zurück. Als eine römische Abordnung sie am 12. August 30 vor Christus abholen will, liegt sie tot am Grab von Marc Anton. Kleine Einstiche am Arm deuten darauf hin, dass Kleopatra Selbstmord begangen hat. Durch Schlangenbisse. Kleopatra die Große war die letzte bedeutende Gestalt der ptolemäischen Dynastie. Mit ihrem und ihrer Erben Tod erloschen Glanz und Ruhm der mächtigen Pharaonen Könige. Ägypten war nur noch eine römische Provinz. Für die Nachwelt wurde Kleopatra zum Inbegriff und zum Symbol der untergegangenen Pracht Ägyptens. in 2 2 2 1 2 3 Vielen Dank.